Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 434. Mein Name ist René, außerdem heute Mitarbeiter Herr Bastie. Gude und Grüße, mein Freund. Die Frau Patricia, der Duke und mal wieder zu Gast der Etienne von den Rocket Beans. Hallo und danke für die Einladung. Basti hat gesagt, du bringst ganz viel Emotionen mit und brauchst einen Platz, wo du die abladen kannst. Da stellen wir uns natürlich gerne zur Verfügung. Das ist ja generell so. Das ist richtig. Mal gucken, ob es da noch eine Steigerungsform gibt nach diesem Dortmund-Spiel. Bevor wir darüber reden, aber ganz kurz ein bisschen Housekeeping am Anfang der Sendung. Ich möchte nochmal auf die Aufnahmen oder auf die Folge von letzter Woche verweisen. Da war ja die Annette zu Gast und hat uns ein bisschen an ihrem Leben als blinder Eintracht Fan teilnehmen lassen. Und es gab sehr, sehr gutes Feedback und vielleicht hat der ein oder andere oder die ein oder andere von euch da draußen das noch nicht gehört. Von daher möchte ich euch das nochmal wärmstens ans Ohr und ans Herz legen, die Folge zu hören. Ich habe tatsächlich im Nachgang nochmal sehr viel über das ein oder andere, was die Annette da gesagt hat, nachgedacht. Und ja, wenn das vielleicht dem einen oder anderen auch noch hilft, sich ein bisschen mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen, dann tun wir das gerne. Und deswegen möchte ich nochmal auf diese Folge hinweisen. Und was natürlich auch zum Housekeeping gehört, der Monat März ist rum. Wir haben mal alle eure Spenden zusammengetragen und es war wieder ein grandioser Monat. Vielen, vielen Dank, dass ihr da draußen uns alle so tatkräftig unterstützt. Und wenn ihr das noch nicht tut oder wissen wollt, wie das geht, dann schaut ihr mal auf eintracht-podcast.de vorbei. Da gibt es eine Support-Seite und da findet ihr all die möglichen Wege, wie ihr uns hier unterstützen könnt. Ja, und jetzt lasst uns mal über Dortmund reden. Wir hatten ja letzte Woche so ein bisschen die Befürchtung so, ah, anspringendes Spiel. Wobei, wir waren schon sehr euphorisch, es war ja so ein bisschen unklar, ob Rode wieder fit wird, der tatsächlich dann spielen konnte. Und ich würde mal sagen, die Eintracht ist mit breiter Brust und klarem Antrieb in dieses Spiel gegangen, oder? Wie siehst du das, Basti? Ja, ob es am Anfang schon so deutlich war, weiß ich gar nicht. Es war auf jeden Fall auch als Fan ein sehr anstrengendes Spiel, dass ich irgendwie nach zwei Minuten mal auf die Uhr geschaut habe und gedacht habe, es wären irgendwie schon 15 Minuten um. Dortmund war an dem Tag aber jetzt nicht so schlecht, fand ich. Also ich fand, Dortmund ist auch gut ins Spiel gekommen. Du siehst schon, dass die kicken können und du hast aber bei der Eintracht auch gesehen, okay, das ist keine Eintracht, wie wir sie kennen, wenn irgendwelche Spiele oder Halbzeiten starten, dass die anfangen zu schwimmen. Sondern du hast gedacht, gut, schauen wir mal, was heute passiert. Also es war ein Spiel, wo ich dachte, okay, die Eintracht ist da, Dortmund ist einigermaßen da. Aber das wird eine knackige Geschichte, das jetzt hier auszuhalten über 90 Minuten plus X. Und dann ist das passiert, was ich eigentlich immer fordere, von dem ich behaupte, dass es nie passiert. Und das ist, dass die Eintracht einfach so ein Wichstor schießt. Du sitzt da vom Fernseher und denkst, es ist mir scheißegal, ich will jetzt Hauptsache irgendwie Eigentor. Und genau das ist passiert, muss ich sagen. Und dann stand es 1-0 und eigentlich wurde damit erst die Sache richtig ernst. Da wurde dann quasi der Schalter umgelegt, wo du dachtest, oh oh, das kann ja tatsächlich sogar klappen mit diesen sieben Punkten. Und das war dann so, dass ich mich natürlich gefreut habe, aber es war natürlich so, dass die Minuten danach nicht schneller umgegangen sind, sage ich mal. Das ist leider richtig. Ich sage, Patricia, du hattest auf Twitter die Frage gestellt, zum wievielten Mal die Eintracht jetzt eigentlich schon von so einem Eigentor profitiert. Wisst ihr, wie oft das in dieser Saison tatsächlich passiert ist? Ja, ich weiß es jetzt. Zum sechsten Mal, oder? Zum sechsten Mal, genau. Also das sechste Mal, dass wir so ein, wie Basti so schön sagt, Wichstor bekommen oder für uns bekommen. Das ist, glaube ich, schon ganz gut. Ja, und danach wurde es dann, glaube ich, auch so ein bisschen, also was ist, glaube ich, danach wurde es schon so ein bisschen, wie du sagst, anstrengend. Aber ich finde, wir haben gut dagegen gehalten, bis dann dieser komische Ausgleichstreffer gefallen ist nach einer Ecke, die eigentlich auch gar nicht hätte sein müssen, wo wir so ein bisschen unaufmerksam waren. Und das dann auch noch zu so einem relativ ungünstigen Zeitpunkt, so kurz vor der Halbzeit. Ähm, das war dann so ein bisschen, bisschen nervig. Erzähl, wie ging es dir bis dahin? Ähm, ja, also ich war auch angespannt, weil auch dieses Tor so ein bisschen aus dem Nichts kam, also unser Tor. Ähm, und dieser Eckball, das hat sich schon, also ich meine, wir sind ja generell diese Saison, glaube ich, nicht besonders gut bei Eckballen. Und ich habe schon, schon da den Bildschirm angeschrien und habe gesagt, hau das Ding irgendwie weg, weil ich schon gemerkt habe, okay, die wollen da irgendwie raus, fein rauskombinieren, irgendwie eine Minute vor der Halbzeit, wo ich mir gedacht habe, ey, komm, hau das Ding auf die Tribüne und gut ist. Es war ein bisschen unglücklich, ich glaube, Ilsanke hat dann irgendwie einen Dicker angeschossen oder so und daraus ist die Ecke entstanden. Ähm, es war halt einfach komplett ein unnötiger Eckstoß, unnötig nochmal für Angst gesorgt. Ja, und dann ist es halt auch passiert mit so einem, ja, ich sag mal so, Willenseinsatz von Hummels, der einfach ein bisschen Glück gehabt hat, dass ihm die Kugel da vor die Füße fällt. Ähm, ja, war halt unnötig, weil dadurch die Karten wieder so gemischt waren. Ich glaube halt, wenn wir mit einem 1-0 in die Pause gegangen wären, wäre es psychologisch halt enorm gut gewesen, weil Dortmund schon arg unter Druck war. Auf der anderen Seite, naja, also jetzt mit dem Wissen von heute ist alles gut gegangen und wir haben in der zweiten Halbzeit ja auch richtig ordentlich gespielt, finde ich. Also noch viele, viele Chancen rausgearbeitet und vielleicht ist es dann sogar besser, dass es dann nochmal so ein, ja, kurz vor der Pause nochmal so eine Schelle gab, die einen so aufgeregt hat. Ja, sodass man, dass Hütter in der Pause irgendwie nochmal ein bisschen brüllen kann und sagen kann, so Leute, wenn es so weitergeht, dann geht es nicht gut. Also ist immer so hypothetisch, ne, man weiß nicht, wie es andersrum ausgegangen wäre, aber wir haben es ja auch schon ein paar Mal erlebt, dass die Eintracht mit einer Führung in die Pause gegangen ist und dann irgendwie nicht mehr so richtig ins Spiel gefunden hat. Also im Nachhinein kann man ja sagen, ist alles gut gegangen, insofern egal. Ja, da war ich auch im Nachhinein so ein bisschen überlegen, wie du schon sagst, wir hatten manchmal ja in der Vergangenheit immer mal wieder den Punkt, den wir auch oft genug bemängelt haben, dass wir dann so ein bisschen schläfrig auch am Anfang einer Halbzeit, sei es jetzt die erste oder halt auch oftmals dann die zweite gewesen sind. Und ich glaube tatsächlich, dass das da nochmal so ein Punkt gegeben ist, dass man einfach wusste, okay, ganz so einfach, wie sie es vielleicht jetzt für den einen oder anderen dargestellt hat, wurde es zu diesem Zeitpunkt nicht. Aber die Frage ist ja auch, hätte es zu dem Zeitpunkt nicht schon vielleicht 2-0 stehen müssen? Da müssen wir über diese Situation in der, was war es, ich glaube 38. Minute sowas rum sprechen, dieses Handspiel. Also ich muss leider zugeben, ich verstehe die Handspielregeln nicht mehr, aber der liebe Dennis kann uns die bestimmt erklären. Warum war das jetzt dann doch kein Elfmeter, lieber Dennis? Erkläre ich gleich gerne noch dazu. Eine Sache noch, die mir einfach, ich finde das so cool, dass ihr das heute so sachlich abarbeitet momentan. So gerade die erste Halbzeit, für mich war das gerade im Live-Modus, ich bin fast ausgeflippt. Gerade die Situation, klar, du hast das 1-0 gemacht, was wie Basti schon sagt, so ein richtiges Drecksautor, das muss sein, irgendwie reingewurschtelt und erzwungen. Genial, dann kriegst du normalerweise die Chance auf 2-0 zu erhöhen, wenn du im Endeffekt, für mich zumindest aus dem Bild und nachdem er natürlich tausendmal sich das nochmal angeguckt hat, hat dann auch Erklärung dazu gelesen. Also es ist ja wohl so, dass der Ball nochmal leicht abgefälscht wird, bevor er an die Hand geht und dementsprechend der Reaktionszeitraum, was weiß ich, zu kurz ist, also kein strafbares Handspiel, weil wohl keine aktive Bewegung dann nochmal dahin geht. Kann man so sehen, keine Ahnung, ist anscheinend das Regelwerk, gibt das wohl so her. Für mich im Live-Bild war es überhaupt nicht so verschieden, ich bin fast ausgeflippt, auch dreimal noch Wiederholungen und dann sowieso hochgekocht und dann kommt noch der Mist mit dem Ausgleich kurz vor der Halbzeit. Also für mich war es dann erstmal eine gegessene erste Halbzeit, ich war richtig aufgebracht, hab noch gedacht, Mist, hier hast du jetzt die Riesenchance und kriegst es noch verfiffen, dazu stehst du noch blöd. Das Situation bei der Ecke, das war aber auch wieder, ihr habt es schon richtig gesagt, ich glaube, Etienne, du hast es gerade schön ausgeführt, ein Gewurschtel und ein Rumgeeier und vorher schon hast gemerkt, bei Dortmund läuft nichts. Und dann kommen die durch so eine Situation wieder zurück ins Spiel zum Kotzen. Aber im Großen und Ganzen, wie er schon richtig sagt, vielleicht haben diese ganzen Emotionen dann dazu gesorgt, die Mannschaft beziehungsweise das Trainerteam konnte es vielleicht nutzen, um dann in der zweiten Halbzeit auch dann hellwach zu sein. Und ja, dementsprechend ist das, im Nachhinein ist der Ärger verflogen. Ich muss mich auch heute nicht mehr ganz so krass aufregen. In der Situation am Samstag, da konnte ich mich gar nicht einkriegen. Aber gut, so ist das halt manchmal. Ging es euch da anders? Nee, auf gar keinen Fall. Ich war überrascht, dass wir hier so über das Spiel diskutieren und plötzlich schon beim 1-1 gelandet sind. Weil das war für mich auch so dieses Ding, was für mich dann den Stecker gezogen hat, diese Aufeinanderfolge von, okay, man fühlt sich in dem Moment benachteiligt und kriegt direkt das 1-1-1. Das sind ja die schlimmsten Szenen, so. Du hast irgendwie nochmal ein paar Minuten Hoffnung, dann guckt er sich das an und du siehst tausendmal die Zeitlupe und natürlich mit einem Glas in der Brille, der das Eintracht gefärbt ist, willst du natürlich auf jeden Fall Elfmeter haben. Ich verstehe natürlich, dass es da eventuell keinen gibt, aber es ist jetzt auch nicht so eindeutig, finde ich, wie dann getan wurde, wie der Reporter auch getan hat. Es gibt 5 von 10 Elfmetern, 5 von 10 Schiedrichter am Pfeifen diesen Elfmeter halten, weil die die Anträge eben auch nicht mehr raffen. Das hat mich auch aufgeregt, Bastille. So ist es. Dieser Kommentator, der das so als selbe. Ja, ich hab's nämlich, ich mein, klar, du kannst es so geben, dass der Abgefälscher konnte nicht mehr reagieren. Aber wie oft haben wir Elfmeter in solchen Situationen oder noch weniger Situationen sind und wieso hält wohl jeder Verteidiger die Hände auf dem Rücken, wenn Planck gespielt wird und er hat das halt nicht gemacht und das ist halt so, dann der Kontext stimmt einfach nicht. Wenn das jedes Mal nicht gepfiffen wird, dann sag ich auch nichts. Aber wenn in 50 Prozent der Fälle sowas ein Elfmeter ist, dann kannst du zumindest nicht so tun, als ob das völlig von der Erde ist, dass das ein Elfmeter sein kann. Und das fand ich das Schlimme so, weil du hast das Gefühl gehabt, wenn da jetzt ein Schiedsrichter steht, der das eben pfeift und ich hab bei 390 gestern zum Axel gesagt, und Köln ist ja ein Verein, der beim VAR nicht viel Glück hatte, safe gegen Köln wäre das gepfiffen worden. Also der hat schon viel, viel, ich hab ihm die Szene gezeigt und der hat schon viel, viel absurdere Handelfmeter gegen sich bekommen. Wie Etienne es gesagt hat, es hat einen Grund, warum Indica zum Beispiel da Ententanz mäßig immer durch den Strafraum läuft, weil die genau vor diesen Szenen Angst haben. Und es prallen einfach zwei Regeln aufeinander, also diese unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche und der Handbewegung plus dieses, das wird vom Gegner abgefälscht. Das ist so eindeutig, wie getan wurde, war es nicht. Wir können natürlich jetzt hier auch ein bisschen gönnerhaft drüber sprechen, weil es halt dann am Ende nichts ausgemacht hat. Aber wie Dennis schon gesagt hat, zu dem Zeitpunkt, ich saß in der Halbzeit draußen auf dem Balkon und hab kein Wort mehr gesagt. Ich hab mich, weiß ich nicht, ich hab gedacht, das kann nicht wahr sein. Und ich hab richtig Schiss gehabt, dass ich an diese Handszene noch sehr, sehr lange denken werde. Weil dann das eventuell passiert, was Etienne in die andere Richtung gesagt hat, dass auch Dortmund zum Beispiel durch dieses Tor und gerade der Jubel von Dortmund hat mir so ein bisschen Angst gemacht. Das war kein Jubel, so Ball aus dem Tor holen, laufen in die Mitte. Nee, die haben richtig geschrien und waren erleichtert. Ich hab gar Angst gehabt, dass durch dieses Glückstor, in Anführungszeichen, von denen dann nochmal so ein Ruck bei denen durch die Mannschaft geht. Und die Halbzeit war für mich auch gelaufen. Also ich bin da bei dir, Dennis. Wenn ich da jetzt dran denke, kann ich mich in die Wut auch wieder reinfühlen. Das merkt man. Ja, also der Jubel von Dortmund hat mich tatsächlich auch so ein bisschen überlegen lassen, weil du halt schon einfach gemerkt hast, was für ein Druck auf dieser Mannschaft da steht. Das waren ja auch so Äußerungen, die Haaland auch im Nachhinein gemacht hat und auch Emre Can, die ja auch gesagt haben, so ey, ich bin ja hier, um Champions League zu spielen oder nicht irgendwie hier Euro League oder Confi League. Also du merkst halt schon einfach, was da für ein Druck da ist. Und das hast du bei diesem Jubel halt auch gemerkt. Vielleicht noch kurz. Nach diesem nicht gegebenen Elfmeter gab es ja dann auch noch dieses Foul an Younes. Was mich mindestens genauso aufgeregt hat, dass wenn es diesen Elfmeter schon nicht gibt, dass es für dieses Foul, der ja schon sehr hart da auch angegangen wird, weder einen Pfiff noch eine Karte gab. Also meiner Meinung nach wäre das Ding auf jeden Fall, wenn man sich diese Szenen schon anguckt, wenn man den Elfmeter nicht gibt, dafür hätte es mindestens mal diesen Freistoß geben müssen. Auch hier war es ja wieder so, dass das nicht in den Kontext des Spiels passiert. Es gab ja erst davor, gab es diesen lächerlichen Pfiff, als Jovic da irgendwie, ich weiß gar nicht mit wem, welcher Abwehrspieler das war, wo ihm nur so ein bisschen die Hand, ich glaube Akanji oder so. Das war Akanji, war so ein bisschen da so von hinten ab. Wo beide die Hand mit da, so eine Szene, die du 8000 Mal in einem Fußballmatch bist. Und das pfeift er plötzlich ab. Aber dann im Umkehrschluss so ein wirklich hartes Foul, wonach der Spieler danach ausgewechselt werden muss, ja. Das wird nicht gepfiffen. Und das hatte ja eine Vorgeschichte, weil Younes zu Recht, meiner Meinung nach, was heißt zu Recht, zumindest sehr oft sich beschwert hat, dass so kleinere Fouls dann an ihm nicht gepfiffen wurden. Und dann hat er irgendwie wohl gar keinen Bock mehr gehabt, für ihn was zu pfeifen. Und das fand ich, das finde ich richtig schlecht, weil natürlich war das, musst du nicht alle Fouls pfeifen, wo Younes hingefallen ist. Aber der Kontext ist hier wieder entscheidend. Wenn du so einen scheiß Foul an Jovic foulst, dann musst du es auch umgekehrt pfeifen. Und nicht, also, da war keine Linie drin. Und das kennt man eigentlich, ich finde Gräfe eigentlich echt einen guten Schiri, aber das war echt, da war keine Linie, meiner Meinung nach, in dieser Partie. Ja, das hat mich auch so unfassbar genervt. Vor allem, wie dann alle gesagt haben, ja, er hat ja auch eine sehr, sehr lasche Auslegung und er lässt viel laufen und so. Und dann denke ich halt die ganze Zeit an diese Szene mit der Hand, also die eben schon beschrieben wurde mit Jovic und Akanji. Und ich denke mir so, es kann ja nicht sein. Da war er streng. Und dann halt bei solchen Fouls ist er wieder, ah nee, ja, war nichts weiter. Das hat mich halt irgendwie, weil das auch alles aufeinander kam, es war ja erst die Handszene, dann dieses Foul an Younes und dann der Ausgleich. Und das kam alles innerhalb weniger Minuten zusammen. Und ich war richtig sauer. Also richtig sauer. Und ich weiß auch nicht, man hätte nicht mit mir über Schiris reden dürfen, glaube ich, in dem Moment, weil wäre es halt vorbei gewesen. Mittlerweile, klar, jetzt, weil es gut ausgegangen ist, glaube ich auch, kann man da so ein bisschen lockerer drauf schauen. Und ich verstehe jetzt auch, weshalb die Hand nicht gepfiffen wurde. Und ja, mein Gott, das ist halt jetzt alles so. Aber ich glaube, wäre das letztendlich nicht so ausgegangen oder die Eintracht hätte es noch verloren, würde ich jetzt auch anders darüber reden. Also ziemlich sicher sogar. Nachvollziehbar, ja. Ja, das mehr als deutlich. Ja, und dann ging es in die zweite Hälfte. Wie gesagt, wir haben durchaus, wie ich fand, da ganz gut dagegen gehalten. Und dann hatten wir durchaus auch Chancen. Kostic hat, glaube ich, zwei, dreimal relativ knapp vorbeigeschossen. Ich glaube, Kamada hatte ja dann auch nochmal diese eine Chance, wo ich mich wieder fürchterlich darüber aufgeregt habe, dass Kamada nicht besser ist im Abschluss. Aber das lassen wir jetzt mal beiseite. Und dann macht Ilsanke dieses Ding rein. Und ich glaube, Basti, du hattest im Gegensatz zu deinem sonstigen Eigenschutzmechanismus, hattest du gestern gesagt, sogar angefangen zu jubeln, was, glaube ich, ein Fehler an der Stelle war. Ja, tatsächlich. Aber ich habe irgendwie, was wir alles besprochen haben, was ich auch schon gesagt habe, da waren viele kleine und größere Steine in diesem Spiel, in dem Spiel, wo du sowieso ein bisschen irgendwie, ja, auch Glück und Momentum auf deiner Seite brauchst. Und dann sind halt viele Sachen eben nicht gelaufen. Du hast diesen Elfmeter nicht bekommen, du hast einen Ausgleich bekommen. Du hast die eine oder andere Chance auch selber dann nicht gut zu Ende gespielt, sodass du dann dachtest, wer weiß, ob die Eintracht noch in so viele Positionen kommt, um dieses Spiel zu entscheiden. Und dann ist wieder was passiert, was ich auch immer fordere, zu denken, es ist mir jetzt egal, ob die Eintracht, dass sich das hier rausspielt, dann mach es halt nach einer Standardsituation. Und exakt in dem Moment passiert genau das. Und da bin ich komplett eskaliert. Und dann sieht man irgendwann diese Wiederholung und sieht, na gut, wahrscheinlich legen die da jetzt eine Linie an, wo Il-Sanka fünf Zentimeter am Abseits ist. Ja gut, das ist ja dann auch passiert. Und da war für mich der Zeitpunkt, dass ich gedacht habe, okay, ich glaube, das ist nicht nur für mich, sondern auch für die Mannschaft zu viel. So dieses, du hast wirklich alles probiert und mit ein bisschen Glück hättest du dich da auch schon irgendwie in eine eindeutige Situation bringen können, dass du dieses Spiel vielleicht gewinnst. Ich habe gedacht, dieses Abseits-Zor von Il-Sanka, weil die haben ja auch gejubelt, die mussten ja dieselbe Enttäuschung verarbeiten wie ich, dass das vielleicht in so einem wichtigen Spiel, wo du halt auch einen Gegner hast, der muss, dass das vielleicht dieses eine Ding zu viel war, was dich dann bricht, in Anführungszeichen. Und dann war ich mir nicht mehr sicher. Ich hatte dann auch Etienne im Kopf, weil Etienne war am Donnerstag bei uns im Wettbrötchen zu Gast und hat unentschieden getippt. Und ehrlich gesagt, war ich dann in der Situation, habe ich gedacht, wenn dich jetzt einer fragt, unentschieden, ja, nein, unterschreibst du das? Dann habe ich mir die Situation vorgestellt, wo mir der Vertrag hingelegt wird und will schon so ausholen. Und ich hätte dann doch nicht unterschrieben und ich hätte dir gar nicht erklären können, warum. Weil eigentlich unentschieden, Dortmund perfekt, du hast ja auf Abstand gehalten, hast vier Punkte Vorsprung. Ich hätte damit unterschrieben, dass auch was nicht mehr in die andere Richtung passiert. Aber irgendwie, trotz dieser Rückschläge, hast du bei der Eintracht in den ein oder anderen Spielsituationen das Gefühl gehabt, ganz ehrlich, wenn die das einmal ein bisschen klüger spielen, gewinnen die das hier. Weil dann Dortmund irgendwie auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen kreativlos war. Also die haben zwar den Ball gehabt, die haben auch ziemlich nah an unserem 16er den Ball gehabt, haben die sich hin und her gespielt und probiert irgendwie ein paar Steckpässe zu spielen, wo die dann gefährlich werden können. Und Haaland hatte auch ein, zwei Situationen, wo es so war. Aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, das, was die Eintracht macht, ist ein bisschen gefährlicher, als das, was Dortmund macht. Deswegen hätte ich diesen Vertrag nochmal zur Seite geschoben. Und am Ende, Gott sei Dank, weil dann ist genau das passiert, was man irgendwie sich nicht getraut hat zu hoffen, aber dann doch vielleicht sogar ein bisschen gespürt hat. Weil ehrlich gesagt, im Nachhinein, ohne diese ganzen Aufgeregtheiten und Emotionen während dem Spiel, das war verdient, dieser Sieg. Also das war kein Lackersieg, sondern das war mit Sicherheit nicht hochverdient, aber es war zumindest nicht unverdient. Ja, also ich finde, du hast schon gemerkt, dass die Eintracht es am Ende oder über die 90 Minuten mehr wollte bei Dortmund gab es noch ein paar Einzelne, die es, glaube ich, gerne gewollt hätten, aber so in Summe hast du bei der Eintracht mehr gemerkt, dass sie dieses Tor haben wollen. Und ich finde, das spiegelt sich auch sehr stark in dieser Entstehung dieses 2-1 wieder, wenn du diesen Lauf von Jovic siehst, der sich da halt einfach durchsetzt und mit dieser klaren Körpersprache sagst du, ey, nee, das ist jetzt mein Ball, den kriegst du jetzt Gottverdammt nochmal nicht. Und dann auch ein Kostic, der das Ding dann da rein chippt und ein Silbert, der dieses Ding mit einer unwahrscheinlichen Wucht, aber trotzdem Präzision da auf dieses Tor drauf zimmert. Also man könnte es auch Gesamtkunstwerk in der Entstehung nennen, glaube ich, oder Edjen? Ja, es ist einfach auch so ein Tor des Willens einfach gewesen. Also ich finde, was mich am meisten aufgeilt an diesem Tor ist, wie Jovic sich da durchsetzt und nicht abdrängen lässt und so und wirklich zeigt, welche Klasse er hat, auch wenn er jetzt nicht viele Tore geschossen hat in letzter Zeit. Aber ich finde, das tut ihm das Unrecht, wenn man ihn immer nur auf seine Tore reduziert, weil er macht enorm viel. Ich finde auch meistens, wenn er Pässe spielt oder eröffnende Pässe oder so, er hat eine gute Übersicht, er kann die Bälle gut abschirmen. Er macht enorm viel für die Mannschaft, wenn er ran darf. Und das hat er in der Situation auch gezeigt. Ich kenne nicht so viele Stürmer, die da sich so den Abwehrspieler vom Leib halten können. Und ja, Kostic ist halt einfach momentan wieder komplett in Form und dann ist er einfach, also meiner Meinung nach der beste Linksaußen der Liga und ist einfach nur krass. Und er weiß natürlich auch genau, wo er hinspielen muss. Und also Silver und Kostic haben sich auch wirklich gefunden. Und ja, absoluter Traum. Aber es war auch genau dieser Kampf und dieser Wille, den Dortmund halt nicht hatte. Und auch diese mannschaftliche Geschlossenheit, glaube ich. Also wir haben da heute auch bei Bonusliga lange drüber geredet und haben auch, weil es schon seit Wochen das Thema Dortmund auch so ist, oder wenn wir über Dortmund sprechen, dass da halt nicht so, das ist halt so einfach nur lauter Einzeltalente, wenn du so willst, aber nicht so eine mannschaftliche Geschlossenheit. Die sind sicherlich von ihrer Individualität teilweise sogar besser als die Eintracht-Kicker. Aber die Eintracht ist eine unfassbare Einheit und eingespielt und jeder kämpft für jeden. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum sie gerade so erfolgreich sind. Ich glaube, Basti, du hattest es in einer der vergangenen Folgen auch schon mal gesagt, dass du findest, dass die Mannschaft von Dortmund da nicht so stimmig zusammengestellt wurde. Ja, ich habe es vielleicht probiert, irgendwie zu ergründen, weil der Ten hat es ja gesagt, das ist ja überall Thema, diese Dortmunder Mannschaft, weil man es nicht versteht. Weil eigentlich sind die ja geil. Also die haben mit einer der geilsten Stürmer überhaupt, die haben gute Kicker mit Central Rainer und die haben eigentlich auch so auf den ersten Blick dann so Spieler, die du dann noch brauchst, Delaney und Can. Also du hast eigentlich das Gefühl, irgendwie sind die schon geil. Aber dann, irgendwas stimmt da ja halt nicht, aber es stimmt ja schon länger da nicht so. Das zieht sich irgendwie durch die letzten Jahre bei denen und ich finde, dass man wirklich sagen kann, dass Dortmund Safety viel, viel bessere Spieler hat als die Eintracht. Aber man hat es halt nicht gesehen und dann siehst du halt, was es ausmachen kann, weil wenn du über mannschaftliche Geschlossenheit redest, darf man, man darf halt auch nicht vergessen, dass Hasebe und Hintracht einfach nicht gespielt haben und es trotzdem funktioniert hat. Also dieses krasse Team bei der Eintracht ist sogar mittlerweile in der Lage, das was Dennis und ich auch immer gerne besprechen, dass die einfach, die Mannschaft ist einfach besser dann als ihre einzelnen Teile und dann ist es da, dann fällt einer weg, da kommt halt ein anderer dahin und dann ist es so, dass du, wenn du anfängst über einzelne Spiele zu reden, Kosti, ich hab dir erwähnt, für mich auch ganz klar der beste Mann auf dem Platz, aber da tust du den anderen Unrecht, über Tutak kannst du sprechen, du kannst über Ndika sprechen, du kannst über Ilse Anker sprechen, Roda hat gut gespielt, Zao hatte seine guten Szenen, Jovic hab dir schon erwähnt, also es ist so und Trapp hat uns auch gerettet, das heißt, du kommst, immer wenn du anfängst über einzelne Spiele bei Eintracht zu reden, zählst du eigentlich fast alle auf und landest dann bei dem, was die Tien gesagt hat, dass das einfach ein brutales Team aktuell ist und ich hoffe, dass das so bleibt, sehe aber aktuell auch keinen Grund, warum nicht. Aber ich finde auch, also man muss fairerweise sagen, also ob das jetzt, wie man das auslegen mag, sei jetzt mal dahingestellt, aber wir haben halt keine Dreifachbelastung und das merkst du einfach, du merkst es an der Formkurve, du merkst es auch daran, dass die Spieler sich weiterentwickeln, wahrscheinlich auch, weil das Training besser ist und du merkst es auch, dass die Mannschaft meistens zumindest top eingestellt ist auf den Gegner. Ich hatte zum Beispiel das Gefühl, dass sie sehr gut auf Dortmund eingestellt waren, gab natürlich auch schon Ausnahmen diese Saison, wo die Eintracht nicht gut eingestellt war, wenn ich dann das Bremen-Spiel denke oder so, aber in der Regel merkt man das schon, dass das auf jeden Fall ein Vorteil ist und das merkst du auch bei Wolfsburg zum Beispiel, die ja auch eine ähnliche Formkurve haben, dass du dich komplett eine Woche lang auf einen Gegner konzentrieren kannst, du kannst Spieler, die erschöpft sind oder verletzt sind, kannst du in Ruhe auskurieren. Also das macht schon einen Unterschied, ob du 30 oder 50 Spiele pro Saison machst. Ja, das definitiv ist. Du hast sicherlich recht, ja. Ein Problem, also ich muss wirklich sagen, Basti, du hast was angesprochen, da stimme ich dir natürlich, wie ich eigentlich dann jede Woche, wenn wir drüber sprechen, total zu. Niemand hätte gedacht, Leute, oder? Also zumindest geht es mir so, wir verkraften einfach so einen Rückschlag wie, wie, oh, Hasebe kann ich spielen, Hindi fällt schon wieder aus und wir müssen mit Ilsanke jetzt schon das zweite oder dritte Spiel in der Innenverteidigung arbeiten, tut da, wusste ja auch niemand, kann er das performen. Dicker hat ja auch, ist super, aber auch noch jung und hat auch immer mal seine Schlecht. Dann spielst du mit so einer Dreierkette, spielst du dann hier gegen Dortmund mit einem Sturm, ihr habt es schon angesprochen, wo du normalerweise teilweise aus dem Stadion geschossen wurdest. Das ist ja schon der absolute Wahnsinn, wie das funktioniert und das ist einfach das Gefühl gepasst wunderbar, was wirklich, glaube ich, wehgetan hätte und da haben wir ja auch letzte Woche zu Genüge drüber gesprochen, wenn Rode noch ausgefallen wäre. Irgendwann ist die Personaldecke halt einfach so, dass dann es doch schwierig wird. Auch in der Situation, was mich dann auch geärgert hatte, was ja zum Glück dann keinen negativen Fall, haben wir ja schon drüber gesprochen, Younes, der sich ja auch in der Situation, als er gefault wurde, anscheinend noch verletzt hat. Und das ist einfach alles, wo du sagst, Mann, wenn die aber dann natürlich, Hamada, ordentlich gespielt, in Ordnung, du hast ja zum Glück einige, die auch trotzdem kicken können und die es nicht so auffallen lassen, da hast du sicherlich recht, Etienne, das ist dann auch eine Dreifachbelastung, wäre mit dem Kader hier so wahrscheinlich dann auch wieder nicht gut zu stemmen. Aber im Großen und Ganzen, wir können uns hier auf die Struktur verlassen und wir stehen zu Recht da oben und das Tolle ist, wir haben, und manche sagen ja, ja, ihr habt ja immer Glück, ihr könnt immer mit Silva vorne spielen und so weiter und so fort. Klar, toi, 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 dass hier auch Jovic Silva vorne, das ist natürlich wichtig, dass die spielen, auch Kostic, dass er sich nicht verletzt, denn ihr habt es gesagt, der hat einen goldenen Tag wieder, der ist richtig, in der richtig geilen Form, auch das, glaube ich, das Tor, was da nicht gegeben wurde von Ilsanke, war ja, glaube ich, auch Flanke, Freistoß von Kostic. Also, merkst, das ist schon, das ist schon super wichtig. Auf der anderen Seite, muss man sagen, andere haben genauso, wir haben Verletzungsausfälle zu bemängeln gehabt, haben die jetzt teilweise, kommen die Leute wieder zurück, toi, 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 das Handy auch irgendwann endlich wieder dann zurückkehren kann, aber das ist, wir sind jetzt hier nicht einfach durch Glück in der Situation, dass wir einfach mit dem Kader die ganze Zeit so spielen konnten und so weiter, sondern wir hatten auch schlimme Ausfälle, wir haben im Endeffekt Krisenprobleme und trotzdem stehen wir zu Recht sieben Punkte vor Dortmund und das nicht, weil wir im Endeffekt hier, ja, von irgendwelchen Misten profitieren, sondern es ist super erspielt, der Kader passt, gefällt mir richtig gut und wie gesagt, ich wüsste auch und ich drücke die Daumen, dass wir es auf den letzten Metern jetzt nicht durch irgendeinen Quatsch verdödeln, aber momentan sehe ich nicht, warum es so sein sollte. Ich glaube, ihr habt es schon angesprochen, das Größte ist tatsächlich diese mannschaftliche Geschlossenheit, dass man eben solche Dinge wegsteckt und da waren ja einige Dinge, die man eben in diesem Spiel wegstecken musste, dieser nicht gegebene Handel für Elfmeter, dieser Ausgleich, dieser unnötige kurz vor der Pause, der Wechsel von Younes, das Abseitsding und wir haben über den zweiten nicht gegebenen Elfmeter noch gar nicht gesprochen mit dem Foul an Dumm. Hätte ich jetzt gerne mal eure Meinung, Elfmeter ja oder nein, Patricia? Ja, also es ist kein klarer Elfmeter, es war aber eine Berührung im Strafraum und Durm ist dadurch zu Fall gekommen und auch diese Elfmeter wurden zu Genüge gepfiffen, deswegen hätte ich ihn natürlich gern gehabt, ja. Basti? Ja, also für mich ist es auch ein Elfmeter, aber es ist wahrscheinlich auch ein Elfmeter, dass wenn er gegen die Eintracht gepfiffen wird, dass ich mich da vielleicht ein bisschen aufrege, also es ist... Ja, genau. Aber man muss, man muss halt diese Bewertung dann zumindest, was bei mir im Spiel so auch im Kontext zu dem Handspiel dann sehen, dass du dann denkst, ja Leute, was ist denn jetzt so? Ja, eben. Du denkst dann hier, ihr habt die ganzen Sachen schon angesprochen, Gräfer hat das wahrscheinlich sogar gut gemacht, aber gefühlt hat man trotzdem als Eintracht-Fan das Gefühl gehabt, dass da irgendwie die Linie bei der Eintracht doch nicht stimmt. Oder Younes ist kaputt getreten worden, ohne dass auch nur ein Spieler dafür irgendwie verwarnt wurde, es wurde nicht mal faul gepfiffen. Dann kommt diese Handelfmeter nicht, er guckt sich's an, sagt nein und dann siehst du halt diese Zeitluper, wo der halt einfach den Fuß wegkickt und du hast tausend Szenen im Kopf, wie Patricius gesagt hat, wo du safe weißt, in dem einen oder anderen Spiel gab's auch vier F-Meter und dann denkst du, ja Leute, lass uns mich jetzt in Ruhe. Also ich sag mal so, es sind, die eine ist vielleicht 50-50, das hier war vielleicht 60-40, wie gesagt, mit ein bisschen, wenn du ein bisschen Schiri-Glück hast, in Anführungszeichen, kriegst du zwei F-Meter und dann, das hat schon stattgefunden, also da brauchst du jetzt kein, weiß ich nicht, da muss nicht Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen, damit die Eintracht da zwei F-Meter kriegt. Etien, wie siehst du das? Ja, also ich, ich hab mich nicht lange drüber aufgeregt, sag ich mal so, also ich hab auch natürlich als, der erste Reflex ist immer, ey! Das ist immer der erste Reflex und dann hab ich's gesehen und hab gedacht so, ja komm, also kann man pfeifen und wird bestimmt auch in der Bundesliga gepfiffen und das ist ja eigentlich dann immer das, was einen so abfuckt, dass man dann Situationen denkt, wo sowas mal gegen uns gepfiffen wurde oder so, aber, ähm, ja, es war jetzt kein krasses Foul und er fällt natürlich auch nicht so super klug, so mit so einer, weiß ich nicht, Sekunde Verzögerung, also es sah nicht so aus einem Guss aus, ja, also kann man geben, ich hätte mich auch nicht beschwert, wenn wir ihn gekriegt haben, aber ich finde, das ist nicht das Spiel, wo wir zu lange uns über Schiri-Situationen überhalten müssen, also da gab's schon schlimmere Situationen. Ja, vielleicht noch kurz, ich hatte mal geguckt, was Kolinas Erben auf Twitter geschrieben haben zu dem, äh, zu dem Elfmeter und sie haben geschrieben, dass es wahrscheinlich daran lag, dass Durm nach der Berührung nochmal so einen Schritt gemacht hat und deswegen, äh, Krefe den Kontakt quasi als nicht ursächlich für den, ähm, für den Sturz bewertet hat und deswegen hat weiterlaufen lassen. Auch da ist, glaube ich, wirklich wieder eher so dieses Problem in dem Zusammenhang, dass du in acht von zehn Fällen einen Schiri hast, der das Ding dann trotzdem pfeift und den anderen nicht, also dass du halt eben diese, diese unklare Linie hast, die sich ja auch da irgendwie durch diesen Video Assistant Referee nicht, äh, auflösen lässt und ich glaube, das ist eher so das Ärgernis in Gänze dabei einfach. Aber du kannst auf jeden Fall auch klüger fallen. Du kannst auch klüger fallen, das ist richtig. Auf der anderen Seite, ich bin einer, der dann auch oftmals bemängelt, wenn man sich dann zu schnell fallen lässt und denkst, wovon wegen kommt, probier's doch noch, aber es ist wahrscheinlich auch immer die falsche Einstellung an der Stelle. Wie du das machst, machst du es am Ende verkehrt. So, am Ende... Das ist auf jeden Fall sehr erleichternd, dass wir da so drüber sprechen können, wie wir gerade drüber sprechen können. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn das Ergebnis andersrum gewesen wäre und am Ende Dortmund knapp 2-1 gewonnen hätte, dass hier heute flammendes Inferno 2000 gewesen wäre. Aber so in dem Fall steht die Eintracht da, wo sie steht, nämlich weiterhin auf Tabellen Platz 4, meine Damen, meine Herren, mit sieben Punkten Vorsprung vor Platz 5 Dortmund und Platz 6 Leverkusen. Vier Punkte hinter Wolfsburg. Ich fühle mich immer noch total surreal, dass wir am 27. Spieltag darüber sprechen, dass wir sieben Punkte Vorsprung vor Mannschaften wie Dortmund und Leverkusen haben, die bei mir in meinem Kopf auf immer und ewig vor der Eintracht am Ende der Saison der Tabelle stehen. So hat es uns der Harry aber auch beigebracht. So hat es der Harry uns über gefühlt 200 Jahre beigebracht. Das ist korrekt. Das wird wahrscheinlich auch noch irgendwie 200 Jahre dauern, bis ich das aus meinem Kopf wieder rauskriege. Deswegen gucke ich mir auch jeden Tag diese Tabelle nochmal, weil ich mir einfach nicht sicher bin, ob es das jetzt so ist. Aber wir stehen nun mal jetzt da. Ich muss dich noch leicht korrigieren. Eigentlich sind wir ja schon jetzt beim 28. Spieltag, denn der 27. ist ja fertig. Also den haben wir ja so abgeschlossen. Das ist schon verrückt. Also es ist wirklich nicht mehr viel, Leute. Es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Also krass, 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 krass. Auch bislang nur drei Spiele in dieser Saison verloren, was auch keine so schlechte Quote ist. Es gibt noch zwei weitere Mannschaften, die diese Saison bislang drei Niederlagen auf dem Zettel haben. Und wisst ihr, welche zwei das noch sind? Wolfsburg. Ja. Leipzig. Mainz. Bayern. 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 Mainz spielt eine super Rückrunde, glaube ich. Fünfter Platz der Rückrundentabelle. Kann ich dir gleich sagen. Korrekt. Korrekt. Wir sind auf Platz drei der Rückrundentabelle übrigens. Aber das krasse ist, weil ich habe es mir vorhin wegen Bundesliga angeguckt, Wolfsburg hat drei Gegentreffer in den letzten zehn Spielen. Total krank. Das ist echt krass. Das ist eine krasse Statistik. Also drei Tore in zehn Spielen nur gefangen. Wow. Genau. Damit sind wir quasi bei unserem nächsten Gegner. 20 zu drei Tore, also drei Gegentore, 20 geschossen in den zehn Rückrundenspielen. Acht Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Gleich mit den Bayern, was Siege, unentschiedene Niederlagen angeht. Die Bayern haben ein bisschen ein anderes Torverhältnis, aber ist schon einfach. Wolfsburg ist mega konstant jetzt gerade in dieser Rückrunde, schießt richtig viele Tore, lässt richtig wenig zu und ist unser nächster Gegner am Samstag und damit eigentlich wahrscheinlich sogar das noch viel schwierigere Spiel, als wir jetzt am Wochenende gegen Dortmund hatten. Was ist denn so eure Erwartungshaltung, wenn ihr auf dieses Spiel da am Samstag guckt, Patricia? Ja, also wird schwierig, wobei ich vor Dortmund tatsächlich ein bisschen aufgeregter war, einfach weil das so der direkte Konkurrent war um diesen vierten, fünften Platz, also dass du aus den Champions-League-Plätzen quasi rausrutschst beziehungsweise Dortmund halt so nah ranrückt, dass es wieder gefährlich wird. So hast du sie halt jetzt auf Abstand. Bei Wolfsburg ist das Ding, Wolfsburg steht halt vor der Eintracht. Klar, ist immer noch wichtig zu gewinnen, um halt wie gesagt einfach den Abstand nach hinten zu wahren, aber ob ich jetzt Platz drei oder Platz vier bekomme, wenn ich ganz ehrlich bin, ich will mich nicht beschweren, egal welcher dieser Plätze es ist. Von daher bin ich da irgendwie ein bisschen entspannter, nichtsdestotrotz glaube ich aber, dass das sehr, sehr, sehr schwer wird. Einfach, wie schon gesagt, die haben so wenig Tore kassiert. Andererseits, die Eintracht hat halt eine starke Offensive. Wird spannend, wie sich das dann letztendlich auf dem Platz auswirken wird, beides. Aber ich glaube, das wird eine sehr, sehr zähe Nummer insgesamt. Es fühlt sich halt ganz anders an. Es fühlt sich ganz anders an, so ein Topspiel zu haben gegen so einen, so einen, so einen unattraktiven Gegner, wo man denkt, der gehört da oben sowieso nicht hin. Und dann hat man auch irgendwie Schiss, dass die Spieler das ähnlich sehen. Also ich glaube, so ein Spiel in Dortmund hypt dich, glaube ich, als Spieler trotzdem noch mehr als ein Heimspiel gegen Wolfsburg, egal wie die Konstellationen sind. Und trotzdem ist es eine Chance, auch an Wolfsburg ranzukommen, die dann hinten raus auch ein Programm haben, wo die wahrscheinlich ein bisschen mehr als drei Gegentore kassieren könnten. Das ist wichtig gewesen, genau. Nämlich, Basti, da sagst du nämlich genau das, wenn du dir so die Spiele anguckst, wenn sie gegen die Größeren gespielt haben, oben gegen Leipzig hatten sie verloren, gegen Gladbach hatten sie unentschieden gespielt, dann gegen Hoffenheim noch die andere Niederlage. Also du siehst, sie haben natürlich hier Schalke 5-0 weggeschossen. Schalke ist jetzt auch nicht das Maß der Dinge in dieser Saison. Genau, deshalb Bremen-Köln jeweils mit einem Tor gewonnen. Also wir müssen, glaube ich, das liegt schon auch viel am Programm, dass die jetzt so krass performt haben. Also es war jetzt schon, könnte, wie du sagst, Basti, nochmal hinten raus etwas spannender werden. und da wird dann sicherlich noch, auch aus unserer Sicht hoffentlich noch der ein oder andere Punkt von Wolfsburg liegen gelassen. Nichtsdestotrotz müssen wir gucken, dass wir hier einfach so performen wie am Wochenende und ich glaube tatsächlich, dann ist Wolfsburg auch gut machbar. Ja, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, was ich gerade gesagt habe, wird eher dazu führen, dass das eben, das wird viel, viel schwieriger als gegen Dortmund. A, fehlt dir diese extra Motivation im Spitzenspiel aufgrund des Gegners und B, sind die glaube ich so schwer zu knacken. Im Endeffekt ist das, die spielen teilweise wie so ein Gurkenteam, mit dem wir uns immer schwer tun, weil sie sich hinten reinstellen und sind trotzdem noch gut. Also diese drei Gegentore zeigen es ja, also dass die Eintracht so ein Gegner sich so herspielen kann, dass sie da zu Toren kommt. Das wird schwierig, gleichzeitig aber auch aufzupassen. Also ich finde, Wolfsburg ist so ein Spiel, ich habe da kein Szenario im Kopf, wo die Eintracht gewinnt, sondern eher 0-0-1-1 irgendwie und selbst damit wäre ich wahrscheinlich zufrieden, weil dann wäre zumindest da nichts passiert. Dann muss man halt mal gucken, was Dortmund macht. Die haben in Stuttgart auch noch nicht gewonnen. Also es fängt jetzt, it's this time of the year again, du fängst jetzt an zu schauen, wer spielt gegen wen, dann müssen wir mal da gucken. Dann wird sich in dem Spiel teilweise immer wieder die Tabelle ändern. Also, boah, ich weiß nicht. Jetzt fängt es halt an. So, jetzt haben wir sieben Punkte Vorsprung. Das ist für uns alle Präventiv-Pessimisten, uns gehen die Argumente aus, dass es eventuell nicht klappt und das fängt jetzt halt an. Es sind jetzt sieben Punkte und noch sieben Spiele und diese ganze Rechnerei fängt an. Ich habe mir auch immer eingeredet, ach, das Restprogramm ist noch relativ hart, aber dann habe ich mir das Restprogramm von Dortmund und Leverkusen angeschaut und die haben halt auch noch einige Brocken vor sich. Also Dortmund spielt auch noch gegen Wolfsburg, gegen Leipzig, gegen Leverkusen. Ich wollte gerade sagen, Dortmund-Leverkusen spielen, glaube ich, am letzten oder am vorletzten Spieltag noch gegeneinander. Also, das könnte ein sehr ekliger letzter Spieltag werden, unter Umständen. Aber Etienne, du hattest gerade eben so ein bisschen gezuckt. Du glaubst, glaube ich, schon dran, dass wir durchaus auch in der Lage sind, uns Wolfsburg herzuspielen. Zumindest deute ich deine Reaktion gerade so. Naja, also ich meine, ich stimme nicht ganz zu, dass die sich hinten reinstellen. Die fangen nur wenig gegen Tore, das stimmt, aber die spielen schon auch offensiven Fußball. Also das ist ja das Kuriose, dass die sich eben nicht nur hinten reinstellen und mauern und auf Konter spielen. Die räumen nur echt auch hinten alles sehr gut weg. Ich bin gespannt, ob sie jetzt gegen uns mit offenem Visier spielen werden, so wie Dortmund, glaube ich, auch nicht. Also es wird sicherlich defensiver aus Wolfsburger Sicht, aber es ist jetzt nicht so, dass da Union Berlin oder Bielefeld kommt, die da irgendwie den Bus parken. Das, glaube ich, wird uns nicht erwarten. Ich glaube, es wird Chancen geben, und wir hatten ja auch im Hinspiel am Rande der Niederlage und haben es dann eigentlich relativ leichtfertig nochmal aus der Hand gegeben. Und klar sind die besser geworden, aber wir sind auch besser geworden. Und ich sehe da durchaus schon Chancen. Klar, wenn die irgendwie erstmal 2-0 in Führung gehen, dann wird es richtig scheiße. Aber es ist wirklich ein Spiel, also zum einen könnten wir mit einem Unentschieden, finde ich, ganz gut leben, und zum anderen glaube ich, ich rechne mir da mehr Chancen aus, als ich mir vor dem Spiel gegen Dortmund ausgerechnet habe, ehrlich gesagt. Okay. Spannend, dieser Optimismus. Spannend wird ja auch die Frage, wie es personell aussieht. Also Younes scheint ja zumindest wieder fit zu sein. So wurde zumindest heute vermeldet, dass er eben keine bleibende Verletzung von diesem Hummels-Foul hat, sondern wahrscheinlich wieder spielen kann. Hinti ist noch ein bisschen fraglich. Der ist ja, glaube ich, heute oder morgen nochmal irgendwie bei einem Spezialisten und dann wird sich das nochmal zeigen. Hasebe ist ja wieder zurück nach seiner Gelbsperre. Also von daher haben wir wieder so ein bisschen mehr Möglichkeiten, was den Kader angeht. Auf der Wolfsburger Seite fehlen übrigens Ottavio, der hat eine Rotsperre. Mimedi hat Waden-Problem. Es könnte sein, dass der noch da ist und Renato Steffen hat irgendwie eine Sprunggelenksverletzung. Also auf den werden sie wahrscheinlich auf jeden Fall verzichten müssen oder noch länger verzichten müssen. Ist halt die Frage, was willst du, also jetzt nach dem Dortmund-Spiel wüsste ich gar nicht, wo ich so, also klar, Hinti immer rein, aber ansonsten wüsste ich jetzt gar nicht, wo ich so krass wechseln oder was ändern würde, ehrlich gesagt. Also ich fand das jetzt gegen Dortmund schon eine ziemlich gute Aufstellung und ich finde es eigentlich auch geil, dass du, wenn irgendeiner nicht performt, dass du dann zur Halbzeit oder in der zweiten Halbzeit nochmal Qualität von der Bank bringen kannst in Form von einem Kamada zum Beispiel. Ich könnte mir vorstellen, dass auch exakt die gleiche Aufstellung nochmal aufläuft. Also tatsächlich dann... Also glaubst du, Zasebe rückt nicht zurück in die Mannschaft? Ja, also wenn, also wenn dann in die Dreierkette vielleicht, aber das hat Ilsenka auch echt gut gemacht, finde ich. Und im defensiven Mittelfeld Rode, Sow, habe ich das Gefühl, die finden sich gerade. Also, ja klar, du kannst natürlich Rode auf die Bank setzen und Zasebe dafür springen, aber ehrlich gesagt, fand ich Rode richtig gut. Also warum solltest du ihn auch rausnehmen gerade jetzt? Ich glaube, das wird eine sehr schwierige Entscheidung, ehrlich gesagt, weil ich sehe eigentlich dieses Ding Ilsenka gegen Haaland und das ist quasi Teil zwei als Ilsenka gegen Weghorst. Also ich sehe das schon. Das wird dieser Abnutzungskampf werden zwischen den beiden. Tutor kannst du nicht erklären, warum soll ich den rausnehmen und Dika auch nicht oder halt auch nicht. Die beiden würde ich halt auf gar keinen Fall rausnehmen und Ilsenka würde ich auf jeden Fall drin lassen, weil, wie du schon sagst, gegen Weghorst da hinten dann jemanden zu haben, der halt einfach auf Biegen und Brechen da rein geht, gerade gegen diesen Weghorst. Ja, es wäre schon geil, wenn Hinti wieder da wäre, ehrlich gesagt, wenn der wieder fit ist. Hinti gegen Weghorst wäre, glaube ich, noch mal besser. Das wäre noch mal ein bisschen besser. Weil du bei Ilsenka auch das Gefühl hast. Aber nur, wenn er auch bei 100 Prozent ist. und das ist halt eben die Frage, selbst wenn er jetzt wieder fit ist, ihm fehlt halt jetzt einiges so ein bisschen an Spielpraxis und ob du das Risiko halt gerade in so einem Spiel dann jetzt irgendwie eingehst, weiß ich nicht. Ich finde es ganz schwierig, weil ich würde, also von meinem Gefühl da würde ich sagen, ich würde Hasebe für Rode reinnehmen, aber ich könnte, wenn ich das Rode erklären müsste, könnte ich es nicht. Ich würde sagen, sorry, das ist mein Gefühl, ich kann dir nichts mehr dazu sagen. Also, es ist so, Ja, verstehe ich. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal das sage, aber ich bin froh, dass Eric Durm wieder da ist, weil dadurch, dass Toreas verletzt ist, ist er halt derjenige, der jetzt da recht spielen muss. Das ist für mich, mit Kostic ist er der gesetzteste Spieler in dieser ganzen Mannschaft wahrscheinlich gerade, weil er, wie gesagt, keine Konkurrenz hat. Ja gut, ein Dicker auch, aber ja gut, Mangelskonkurrenz, ja. Das heißt, ich gehe mal davon aus, Hinti wird nicht 100% fit, das heißt, wir lassen ihn draußen, also für mich ist die einzige Möglichkeit zu sagen, Hasebe kommt für Rode rein. Wenn überhaupt. Weil er meiner Meinung nach noch so ein bisschen mehr Struktur teilweise in dieses Gesamtkonstrukt Defensive bringt, aber ich habe es ja eben gesagt, ich könnte das Rode nicht erklären. Was halt interessant wird auch, ob vorne zwei Stürmer spielen oder einer. Also, was ich mir als, Argument überlegen könnte, wobei, ich weiß auch nicht, ob das so ein valides ist, wenn du ein Hasebe da im Mittelfeld hast und er hat halt irgendwie hier so einen, hier unseren Freund Arnold neben sich stehen und dem die ganze Zeit halt irgendeinen Scheiß ins Ohr labert und den halt so richtig annervt. Ich glaube, das kann ein Hasebe besser als ein Rode. Ja, aber ob das so ein entscheidender Faktor für dieses Spiel ist, was dann Arnold dem Rode erzählt, also sei jetzt mal dahingestellt. Ich, ehrlich gesagt, dafür steht Rode viel zu selten still irgendwo, um mit ihm überhaupt was reden zu können. Ja, das ist auch wieder richtig. Der ist halt sehr umtriebig und hat halt auch nochmal... Aber die Diskussion finde ich interessant, weil keiner von uns hat überhaupt in Betracht gezwungen, So rauszunehmen. Das finde ich gut. Würde ich auch nicht. Also dafür ist ja viel zu viel Motor da im Mittelfeld, auch gerade was so die Pässe nach vorne angeht und die Übersicht. Also den würde ich halt momentan nicht rausnehmen. Ja, das in den letzten, ich weiß nicht, wie viele Spielen hat der Bälle von der Linie gekratzt. Ja, das auch. Das wollte ich auch gerade sagen. Also der rennt überall hin, der ist so hellwach, der Junge. Du hast das Gefühl, der weiß immer, wo gerade der Ball ist und wo er hinrennen muss. Also das ist... So spielt momentan in einer unglaublichen Form und ist wirklich der Dreh- und Angelpunkt geworden, den wir uns ja schon vor einem Jahr im Prinzip erhofft haben und solange der so läuft, will ich auf jeden Fall, dass der im Team bleibt. Ja, der ist irgendwie auch der Einzige mit den Qualitäten in dem Mittelfeld eines So's halt. Also er hat einfach andere Fähigkeiten, die sonst niemand hat bei der Eintracht im Mittelfeld. Deswegen finde ich ihn tatsächlich nicht so leicht zu ersetzen. Ja, ich auch nicht. Müssen wir auch nicht. Zum Glück. Zum Glück, genau. Aber Patrizia, du bist für einen Stürmer und entsprechend Junis und Kamada. Was haben wir denn ausgemacht eigentlich? Die Abwehr lassen wir so, haben wir gesagt. Die Abwehr lassen wir so. Wir waren immer noch bei der Frage, wer spielt neben dem Zoo. Ist es Hasebe oder ist es Rode? Da haben wir noch keine Entscheidung. Wir sind doch fünf Leute, dann machen wir es halt demokratisch. Ja. Also ich sage Hasebe. Ich auch. Zwei. Ich sage Rode. Zwei, eins. Ich glaube, nach dem letzten Spiel spielt Rode, ja. Zwei, zwei. Patrizia. Ja toll, jetzt muss ich das sein, oder was? Du hast die Arschkarte. Komm. Ich kann es euch nicht begründen, aber mein Gefühl sagt mir Hasebe. Ha! Ich kann es wirklich nicht begründen. Das ist das letzte Mal, dass ich hier in diesen Eintracht-Podcast komme, ganz ehrlich. Das ist unglaublich. Komedien, dafür darfst du jetzt sagen, ein Stürmer oder zwei Stürmer? Ja, wie gesagt, ich würde nichts ändern, ehrlich gesagt, gegenüber dem Dortmunder Team. Mir hat das echt gut gefallen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass die sich alle immer besser finden. Und für mich gibt es gerade keinen Grund. Es war jetzt auch nicht so, dass Kamada so krass gespielt hat, als er reinkam. Er ist immer für den Gial. Ist Yunus aber denn so fit? Ja gut, das ist die Frage. Wenn Yunus, das kann ich jetzt nicht beurteilen, wenn Yunus natürlich nicht hundertprozentig fit ist, dann klar. Aber dann würde ich halt trotzdem Kamada und dann bleibt halt Yunus draußen. Aber ich würde auf jeden Fall mit Jovic-Silver starten. Ja, finde ich auch. Also ich will irgendwie die Doppelspitze auch nicht mehr weg haben, einfach weil ich auch Jovic nicht rausnehmen möchte. Ich finde, er hat eine unfassbar wichtige Rolle mittlerweile und ich finde, das ersetzt das auch so ein bisschen, dass du vorher mit zwei Zehnern gespielt hast und nur mit Silva in der Spitze. Hast du jetzt halt jetzt einen Jovic, der nach hinten mitarbeitet, der diese Rolle so ein bisschen übernimmt als hängende Spitze und das gefällt mir sehr, sehr gut. Und zudem hast du dann halt auch immer noch zwei abschlussstarke Stürmer vorne drin. Also da muss ich eine Abwehr auch erstmal drauf einstellen. Ich finde, das hat man sehr, sehr gut beim 2-1 gesehen, wie die komplette Dortmunder Abwehr konzentriert war auf Jovic und Kostic dann da links und Silva war halt komplett frei. Also da war wirklich niemand da. Da ist, glaube ich, noch Guerreiro gerade so hingerannt, kam zu spät offensichtlich. Ja, also deswegen, ich finde, das ist ein sehr, sehr großer Vorteil, dass du da halt erstmal, ja, viele Spieler hast, die einfach das so auf sich ziehen und mit zwei Zehnern, finde ich, ist das nicht, ist halt nicht das Gleiche. Hat seine Vorteile, bin aber momentan mehr bei der Doppelspitze, auch weil ich Jovic irgendwie nicht rausnehmen möchte nach den ganzen Leistungen, die er jetzt hatte. Also Etienne hat es ja vorhin schon angesprochen, ich finde tatsächlich auch, dass Jovic gerade extrem viel für die Mannschaft arbeitet, klar sich nicht dafür belohnt momentan und am Ende ist er Stürmer und wird wahrscheinlich daran immer nur gemessen werden, wie viele Tore er macht oder zumindest wie viele er auflegt, aber ich finde, er arbeitet unwahrscheinlich viel und was du gesagt hast, diese Abschlussstärke und dass er dadurch Spieler bindet, macht halt dann hintendran wieder Räume frei für einen Silva oder für einen Yunus, der vielleicht dann dahinter spielt oder halt auch mal für einen Kostic oder einen Durm, dadurch, dass er halt einfach mehr Leute auf sich bindet, als, ich sage das jetzt einfach so fies, ein Kamada, der super ist, was Vorlagen angeht, aber wo du dir halt auch wenig Sorgen drum machen musst, wenn der aus 8 Metern schießt. Es gab sogar eine Situation, da habe ich richtig geflucht über Jovic jetzt im Spiel gegen Dortmund, wo er links Kostic übersehen hat und einmal gab es auch eine Szene, wo er Kostic Jovic übersehen und da habe ich gedacht, so ey, was ist denn los, die beiden, die funktionieren doch normalerweise blind und jetzt spielen die irgendwie sich nicht die einfachen Pässe zu, das nur mal so am Rande bemerkt, ich weiß nicht, wieso ich das jetzt sage. Tschüss. So, aber die spannende Frage ist jetzt, wenn Junis fit ist, dann spielt Junis. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja. 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 Gut. Dann haben wir doch eine wunderbare Aufstellung gezimmert. Es ist halt auch einfach echt beruhigend, dass man weiß, okay, du hast einen Bagger auf der Bank, du hast eventuell Kamada oder Jovic auf der Bank, du hast einen Roder oder einen Haseba auf der Bank. Das ist schon gut zu wissen, auch während so einem Spiel, weil Wolfsburg könnte trotzdem auch so ein Spiel sein. Ich weiß gar nicht, ob ich da Kamada, ich habe irgendwie Kamada im Kopf bei diesem Spiel, ich weiß nicht warum, weil das wird so ein ganz, ganz enges Spiel und ich bin auch für die Doppelspitze wie, aber das ist gut zu wissen, dass Kamada noch reinkommen könnte, weil der hat dann irgendwie einen Move drin, der dieses Spiel entscheiden könnte, wo es wahrscheinlich dann beim 0-0 geblieben wäre. Also das, der hat auch schon Qualitäten, der kann so ganz enge Spiele, wo so alles ziemlich zentriert sich abspielt, kann der dann schon irgendwie aufreißen, aber gleichzeitig kann der mich auch wahnsinnig machen, wenn der sich im Abschluss nicht konzentriert wie da bei dieser einen Szene in Dortmund. Weiß nicht, also ich weiß nicht, habt ihr das Tor von Goretzka gesehen gegen Leipzig? Glücklicherweise nein. Ähnliche Szene, Ball wird reingespielt, zack, der wickst dieses Ding rein, genau die gleiche Szene bei Kamada in Dortmund, der fällt hin und Ball geht am Tor vorbei. Aber irgendwie ist Kamada manchmal so ein Faktor, der genau dann kommt, wenn man nicht damit rechnet und ich habe den irgendwie für Wolfsburg-Offenzettel, ich kann euch aber auch nicht sagen, warum. Das ist eine sehr, sehr argumentativ schwache Sendung, die wir hier heute haben. Erzählen irgendwelche Sachen und keiner kann es erklären. Aber ich kann dich zum gewissen Grad verstehen, weil ich finde halt von, dass Kamada ein extrem guter Spieler ist, was so diese kreativen Momente angeht und halt auch mal so dieses Unerwartete zu machen. Aber auf der anderen Seite halt wie gesagt Torschüsse da, also weiß ich nicht, ich muss mir null Sorgen, da macht sich wahrscheinlich auch der Gegner irgendwie keine Angst. Ich finde Kamada ist wie so ein wie so ein Glückskeks, also man weiß einfach wirklich immer nicht wie der drauf ist, auch innerhalb eines Matches. Ja, also da können fünf Szenen sein, wo du dir denkst, der spielt wie ein D-Jugendlicher, keine Körperspannung, gedanklich zu langsam, irgendwie. Und dann gibt es wieder Szenen, wo du sagst, das ist absolute Weltklasse, sowas habe ich noch nie gesehen. Und das ist glaube ich das, was einen auch dann so irre macht, warum der auch immer so kontrovers diskutiert wird, weil wenn der die Weltklasse nicht ständig auch andeuten würde, dann würde man einfach sagen, ja gut, der kann nix. Aber dadurch, dass der immer wieder diese genialen Momente hat, denkst du dir einfach, ja Junge, warum nicht immer so? Ja, und das macht so schwer. Ich weiß gar nicht, wie viele, also ich habe sowieso ja schon viele Tweets geschrieben, wo ich mich über Kamada aufrege, aber ich habe mindestens genauso viele angefangen zu tippen, wo ich mich fürchterlich aufregen wollte, weil er gerade irgendeine Grütze zusammengespielt hat und auf einmal dieser Weltklasse-Moment war und irgendein Tor vorbereitet hat, wo ich den Tweet direkt wieder löschen konnte. Also das ist echt so eine Wundertüte. Aber schauen wir mal, vielleicht hat ja Basti recht. Und das ist der unerklärliche Moment, dass Daichi Kamada am kommenden Wochenende und führt dann zu einem Ergebnis, was ihr jetzt tippen dürft gegen Wolfsburg. Und Etienne darf anfangen. Ja, dann, was sage ich denn dann? Dann sage ich 2-1. Relativ einfach. Basti, du oller Pessimist. Ja, ich sage 1-1. Ist okay. Patricia? Ich habe so gehofft, vor Basti dran zu kommen, weil das auch mein Ergebnis war, aber ich sage jetzt auch 1-1. Okay. Dennis? Ich beschwöre die schmutzigen Tore herbei und hoffe auf ein 3-1 und dann sind wir, glaube ich, alle zufrieden, ja. Ja. Ich habe auch irgendwie ein 3-1 im Kopf und würde deswegen genauso tippen. Ihr lasst die Eintracht einfach direkt drei Tore schießen, so viele wie Wolfsburg in der Rückrunde kapiert hat. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Doch. Ich muss tatsächlich sagen, wenn wir, ich hoffe auch wieder auf ein frühes Tor, ich hoffe auch auf wirklich wieder so ein dreckiges Ding wie gegen Dortmund. Das macht uns, glaube ich, das Spiel, auch Wolfsburg will das Spiel nicht verlieren und wird dann entsprechend aufmachen müssen. Ich denke schon, dass das dann möglich ist, auch wenn, Etienne, du hast sicherlich recht, die stehen nicht nur hinten drin, aber die Spielauslage, finde ich, ist schon immer so ein bisschen aus dem Gesicherten hinten raus und so weiter. Also ich glaube, tatsächlich ein frühes Tor kann hier schnell dazu führen, dass wir mit der geballten Kraft, Leute, was wir in der Offensive wieder haben, wenn die alle so spielen können, saugeil. Mein Leute, hier, da sind drei Tore, ich sage mal, so unrealistisch ist das gar nicht. Finde ich, jetzt rede ich mir zumindest nach dem Dortmund-Spiel heute erst mal ein. Ja, rede ich mir tatsächlich auch ein. Ich würde mir nur tatsächlich wünschen, dass sie es diesmal ein bisschen früher klar machen und diese letzten Minuten, gerade auch diese Nachspielzeit gegen Dortmund, die waren sehr, sehr anstrengend. Mindestens so anstrengend wie die ersten fünf Minuten. Ich hätte gern, dass sie es diesmal ein bisschen früher und ein bisschen deutlicher klar machen, weil nochmal so eine Hängepartie halte ich tatsächlich, glaube ich, nicht aus. Du musst. Ich muss, ja. Korrekt. Und das ist ja auch irgendwie das, was das ausmacht. So. Und das ist ja der Anfang des Restprogramms. Wir hatten ja vorhin schon grob drüber gesprochen. Und ich habe mir jetzt so ein bisschen die Frage gestellt, vor wem ich tatsächlich von diesem restlichen Restprogramm am meisten Angst habe. Das wäre die Frage, die ich jetzt auch noch nicht weitergeben würde. Welcher von diesen dann noch nach Wolfsburg bleibenden sechs Gegner wäre tatsächlich so der, wo ihr am ehesten Angst vorhabt? Ich weiß nicht. Basti, du kennst wahrscheinlich alle sechs Gegner auswendig. Magst du sie gerade für die anderen nochmal aufsagen? Also, Gladbach kommt dann, da kommt Augsburg, Leverkusen, Mainz, Schalke, Freiburg kann es sein. Korrekt. Hervorragend. Also, ich sage jetzt schon Mainz, weil die Vorstellung, dass Dominic Korre und Danny da Costa uns aus der Champions League rausballern, lässt mich nicht gut schlafen. Stellt euch das vor. Wir verlieren gegen Mainz, Tore, Danny da Costa und Dominic Korre und wir kommen deshalb nicht in die Champions League. Und dann kommen sie zurück. Sind das die Bestimmungskiller-Themen? Und müssen in die Euroleague. Ja, ich habe manchmal so, mache ich schweißgebadet auf und denke nur so, holy shit. Vor allem nachdem Mainz die Euroleague gerettet hatte. Das wäre jetzt so, ja, ich nehme euch jetzt aber dafür die Champions League wieder weg. Das wäre sehr, sehr bitter. Patricia, was wäre dein Angstgegner? Ich habe irgendwie auch bei Mainz ein schlechtes Gefühl, aber mein Szenario ist jetzt, wenn das irgendwie bis zum letzten Spieltag nicht geklärt sein sollte, dass man dann gegen Freiburg spielen muss und das so ein typisches Freiburg-Spiel wird. Ich habe irgendwie ein Freiburg-Trauma. Ich weiß nicht, warum. Ich hasse Spiele gegen Freiburg. Es ist so schlimm. Und irgendwie habe ich Angst, dass das bis zum letzten Spieltag spannend bleibt und das dann an Freiburg hängt. Zumal ja am letzten Spieltag, wie wir gerade schon gesagt haben, Leverkusen noch gegen Dortmund spielt. Ja. Also das könnte tatsächlich so ein richtiges Herzschlag-Finale werden. Da kommen komische Erinnerungen hoch an letzte Spieltage. Dennis? Rundvoll. Ja, tatsächlich muss ich sagen, Leverkusen auch schon, denn ihr habt es ja schon gesagt, das ist halt auch trotzdem, das sind nur sieben Punkte in Anführungszeichen. Also ich glaube, Leverkusen, das wäre schon übel, wenn sie bis dahin sich auch so ein bisschen, ich hoffe ja, dass wir den Abstand einfach halten und jetzt hier sauber die nächsten Spiele absolvieren. Aber ihr habt es ja schon gesagt, so sicher, dass wir gegen Wolfsburg wirklich hier nochmal ein Dreier setzen, ist es ja nicht. die nächsten Spiele werden nicht einfacher. Also ich glaube tatsächlich, Leverkusen könnte auch so eine Art Entscheidung sein, denn am Ende geht es ja darum, die zwei, Dortmund und Leverkusen, hinter uns zu halten. Und jetzt haben wir Dortmund schon besiegt. Leverkusen ist dann wirklich nochmal ein Angstgegner für mich tatsächlich, ja. Basti? Bei mir ist es Augsburg, weil Augsburg dieses erste Spiel ist, nach diesen drei Knackerspielen, Dortmund, Wolfsburg, Gladbach, wo man, da kann man nicht einplanen, dass sie einfach da immer Vollpunkte, und wir haben jetzt mit Dortmund schon drei Punkte geholt, wenn wir jetzt von den zwei Spielen noch eins gewinnen, ist es glaube ich echt schon gut für den Fahrplan. Und dann kommt halt dieses Augsburg-Spiel, wo du dann wirklich dann denkst, okay, das ist doch fünf Spiele, jetzt fängst du an und das ist halt dann ein Spiel, was du dann, wenn du die Champions League willst, gewinnen musst. Und das ist dann halt eklig, weil Augsburg auch nervig sein kann, sehr, sehr körperlich, die können dich dann auch nerven. Und wir haben gesehen, was Bremen da erreicht hat mit dieser Art. Deswegen auf dieses Augsburg, ach, ich bin ganz ehrlich, ich habe auf gar kein Spiel mehr Bock jetzt gerade. Also ich habe... Aber das ist auch eine englische Woche, oder? Das ist eine englische Woche, korrekt. Wir spielen Samstag gegen Gladbach, Dienstag gegen Augsburg und dann Samstag gegen Leverkusen. Oh nee. Ich habe da keine Nerven früher für englische Wochen. Ja. Und dann ist ja wieder irgendwie zwei Wochen Pause. Ich weiß nicht, ist da wieder Länderspiel gedöhnt? Hau doch ab mit dem... Weil das nächste Spiel ist dann am 9.5. am Sonntag gegen Mainz. Das wäre tatsächlich auch mein Angstgegner. Ich habe da ähnliche Szenarien im Kopf wie Etienne, wobei ganz stark gefolgt von Schalke, was ich mir auch gut vorstellen kann, dass Schalke letztes Heimspiel in der ersten Bundesliga haben nichts gerissen und an dem Tag totalen Sahnetag und uns da irgendwie fünf Buden einschenken. Das sehe ich auch noch irgendwie kommen. Weil die komplette A-Jugend endlich spielt, ja? Nachdem sie abgestimmt haben. Keine Ahnung, was da passiert. Ja, es wird alles knackig. Ich kann die Angst von jedem von uns, jedem Einzelnen von uns verstehen. Was ich mir dann halt immer wieder klar mache, ist, dass die anderen halt das genauso haben. Also Dortmund, die haben sieben Punkte Rückstand, die müssen sich auch ihr Programm anschauen. Die werden sich jetzt da in Manchester gerade auch ein bisschen abnutzen und wie Eternis gesagt hat, wenn du dann in diesem Rhythmus noch bist und dann sind die ja zumindest noch ein bisschen, zumindest dieses Viertelfinale. Leverkusen hat jetzt auch einen neuen Trainer. Da muss auch erstmal dann auch wieder alles passen, dass die quasi sieben Punkte aufholen müssen. Also meine Hoffnung ist nicht, dass die Eintracht jetzt alles wegrott, wie wir uns das irgendwie wünschen, damit wir ruhig schlafen können, sondern dass es dann so sein wird, dass eventuell halt auch mal wieder, wie wir es bei Leverkusen gegen Bielefeld hatten, wie wir es bei Dortmund gegen Köln hatten, einer von denen dann auch mal, falls wir irgendwie unglücklich verlieren, überraschend auch nicht gewinnt. Also wie gesagt, ich sehe, Dortmund hat meiner Meinung nach noch nicht komplett safe wie in Stuttgart gewonnen. Und so, also es wird jetzt Spieltag, es wird jetzt Spieltag zu Spieltag genau das passieren, abwarten. Und wahrscheinlich kann es auch in die andere Richtung gehen, dass Dortmund irgendwie souverän gewinnt, wenn wir völlig unerwartet auch irgendein Spiel verlieren. Das ist, egal wie wir es drehen und wenden und was wir uns hier einreden, was wir uns nicht einreden, Präventivpessimismus, Euphorie, ist völlig egal. Das werden unglaublich anstrengende sieben Spieltage jetzt. Jeder einzelne für sich. Das ist korrekt. Statistisch gesehen, ich habe es vorhin mal rausgesucht, braucht man 58,4 Punkte, also 59, wir haben jetzt 50, um Platz 4 zu haben. Das heißt, wir müssten aus diesen sieben verbleibenden Spielen noch irgendwo neun Punkte mitnehmen. Ist nicht total unmöglich. bei den Gegnern finde ich, also das Problem bei uns ist, dass wir immer noch nicht die Eintracht durch diese Brille sehen, die sie jetzt gerade trägt. Okay, ihr wisst, was ich meine mit der Metapher, dass wir immer noch, wir sind, wir können uns einfach nicht, wir können uns nicht lösen davon. daran gewöhnen, dass die Eintracht ne Topmannschaft ist. Ich hab bei jedem Spiel, geh ich immer noch mit dem gleichen Gefühl rein, sag, hoffentlich gibt's heute nicht auf den Sack und bin jedes Mal überrascht, wie gut und souverän die dann auch teilweise das alles machen und deshalb, aber wir müssen uns einfach langsam mal mit dem Gedanken anfreunden, dass die wirklich die Qualität haben und dann darfst du auch nicht ständig Angst haben vor Mainz und Augsburg und Co., sondern musst du einfach auch sagen, wir sind sieben Punkte vor Dortmund und Leverkusen. Also, ich, wir machen das jetzt auch. Ich weigere mich jetzt, was anderes zu akzeptieren und ob wir jetzt noch neun Punkte brauchen oder sechs oder zwölf oder was weiß ich, wir werden Champions League spielen nächste Saison, Leute. Das ist halt auch, das Ding ist, klar. Jetzt hab ich's gejinxt, ne? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Aber dann stürze ich mich mit ins selbe Verderben. Es können natürlich nach dem nächsten Spieltag nicht nur sieben, sondern auch zehn Punkte Vorsprung sein. Ja. Und ihr habt's ja auch gesagt, also Leverkusen und Dortmund, erstens mal, die klauen sich gegenseitig noch die Punkte. Die müssen auch noch gegen Wolfsburg und ich glaub, Leverkusen muss noch gegen die Bayern ran. Dortmund hat noch, weiß ich nicht, Leipzig oder so. Also, das ist jetzt auch nicht und das sind die Top-Gegner, aber Dortmund ballert in der Verfassung, in der sie jetzt sind, auch nicht Augsburg, Freiburg, Mainz und wie sie alle heißen, die vermeiden die einen Ballern, die auch nicht wollen. Es gibt auch, außer Schalke und Bielefeld, gibt's auch, vielleicht Köln noch, so die letzten drei, gibt's wirklich auch keinen Verein, den du, oder keine Mannschaft, die du komplett abschreiben kannst. Die sind teilweise alle echt unangenehm und ja, deshalb, wir dürfen uns da echt nicht verstecken. Und nach deiner Rechnung, René, brauchen die anderen ja sogar 16 Punkte aus den letzten Spielen. Das heißt, das müsste ein mega Lauf für Dortmund und Leverkusen jetzt sein. Schau mal. Das ist korrekt. Also die müssten nochmal richtig, richtig Gas geben. Ja. Und am Ende können wir vielleicht auch nach dem nächsten Spieltag sagen, nicht nur es sind zehn Punkte Vorsprung auf Dortmund, sondern wir können am Ende vielleicht auch sagen, es fehlt noch ein Punkt zu Platz drei. Ja. Ja. Also dann überleg mal, was wir in der Hinrunde alles haben liegen lassen. Jetzt wird's ordinär hier. Ja, aber es ist doch, es ist doch so. Also das Ding ist, kann in beide Richtungen noch einen Sprung machen. Also es ist, wie Basti so schön gesagt hat, das werden jetzt wirklich anstrengende sieben Spieltage, wo man parallel zu jedem Spiel 15 Mal auf die Tabelle guckt und auf die anderen Spielstände, um zu gucken, wie das so ausgeht. Das kann nicht gesund sein. Nee. Aber haben wir eigentlich schon drüber geredet, dass im Prinzip die Euroleague safe ist? Nee. Haben wir noch nicht drüber gesprochen. Ich meine, das kann man ja auch mal sagen, also nicht, dass das mich noch interessiert, weil ich will mit der Euroleague nichts zu tun haben. Wenn die Eintrag noch aus der Champions League rausgeht, dann will ich gleich in die Conference League. Ich habe mir da die potenziellen Gruppen angeschaut, das ist schon als Fan besser. Also die müssten wir eigentlich ja safe haben, oder? Platz sieben müsste da ja auch nicht safe. Wenn die Eintrag aus der Champions League rausfällt, kann die dann diese paar Punkte auch noch verlieren. Also das ist alles nicht so safe. Und dann kommt es auch an, wer den Pokal gewinnt, bla bla. Stimmt, war dann die Frage, wer den Pokal gewinnt. Leipzig oder Dortmund müssen den Pokal gewinnen. Deswegen. Okay, für Leipzig will ich mir das nicht wünschen und Dortmund ist da eigentlich zu schlecht gerade für. Nee, ist nicht gut. Ja, mal gucken. Wie gesagt, ich glaube, wir müssen einfach Augen zu und durch. Also, was soll man? Gucken. Ja. Bisschen, bisschen auf die Euphoriebremse kann ich vielleicht treten, dass es jetzt halt trotzdem Spiele sind. Das ist jetzt jedes Spiel ein Duodei-Spiel für die Eintracht gegen Gegner. Die wissen, dass es gegen die Eintracht geht. Also das wird nicht mehr so sein, dass da irgendwie einer die Eintracht vielleicht mal nicht so ernst nimmt oder so. Sondern das werden was sollen sie denn machen? Uns nerven, wie Bremen das geschafft hat. Also die Bremen hat doch ja, ich glaube, da haben wir auch mittlerweile dazugelernt. Also ich weiß nicht, ob wir uns da so einfach nerven lassen. Schauen wir mal. Was soll ich euch denn jetzt sagen? Ich weiß es nicht. Am liebsten würde ich immer wie bei jedem Playstation-Game bis zum nächsten Spiel weiterspulen und das dann hinter mich bringen. Also das wären jetzt auch sehr, sehr harte zwischen den Wochen Dingern jetzt hier. Weil du jetzt die ganze Woche an Wolfsburg denkst und dir dann ein paar Sachen ausmalst und rumrechnest und bla. Und umso weniger Spiele es werden, umso konkreter werden ja dann auch deine Szenarien, die man selber im Kopf hat. Also von daher. Es geht jetzt in die entscheidende Phase. Etienne und ich schreiben uns ja oft bei WhatsApp so, das ist das wichtigste Saisonspiel. Das haben wir jetzt schon, glaube ich, drei, vier Mal geschrieben. Jetzt kommt das nächste wichtigste Saisonspiel. Ich schreibe das so lang, bis die Champions League endlich unter Dach und Fack ist. Genau. Ja, dass wir uns dann ähnlich drüber unterhalten können, welche Mannschaften wir gerne in der Champions League Gruppe hätten. Das heben wir uns aber tatsächlich für später auf. Ey, aber ich hoffe wirklich, dass dann auch wieder Fans ins Stadion gehen. Weil wie bitter wäre das irgendwie, Eintracht spielt Champions League und keiner geht hin. Ey, das ist irgendwie auch... Nee, nee, nee. Da werden wir gar nicht dran denken. Ich glaube, das wird nicht passieren. Also, dann sind vielleicht keine Fans im Stadion, aber dann bin ich mir ziemlich sicher, dass da jede Menge Fans rund um das Stadion sind. Ich glaube, das wirklich... Mitte September wird das ja wohl letztes Mal drin sein hier. Ja, dein Optimismus. Auf der einen Seite ist er hier Pessimist und ist vorsichtig und auf der anderen Seite sagt er, Mitte September ist das Thema durch und Fans können das Stadion. Also, das passt nicht so ganz zusammen. Keine Ahnung, also... Schauen wir mal. Vielleicht habe ich nicht blenden lassen, weil bei den Texas Rangers das ganze Stadion voll war beim Baseball. Hören wir mal. Ja. Ja, also das Fass jetzt nicht aufmachen, das ist die... Das ist hier die nächste Depri... Folcher Podcast. Ja, das ist das nächste Ding, wobei irgendwie reinfallen. Da müsst ihr euch andere Formate anhören. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass die Mannschaft sehr gut Dinge im Spiel gegen Dortmund weggesteckt hat und was ja auch so ein Thema war, wo wir immer so ein bisschen Angst vor hatten, waren, dass so Diskussionen von außen auch ihren Einfluss auf die Mannschaft nehmen. Jetzt ist es um diese Bobic-Thematik relativ ruhig geworden. Da hatten wir glaube ich letzte Woche oder vorletzte Woche darüber gesprochen, wo wir gesagt haben, die Eintracht hat das sehr clever gemacht, das Thema wegzumoderieren und das jetzt im Hintergrund zu klären. Jetzt kam ja im Vorfeld des Spiels diese ganze Hütter-Thematik immer wieder hoch. Die Mannschaft hat das auch sehr gut weggnoriert. Jetzt steht aber ja immer noch dieses Thema im Raum, dadurch angeführt, dass Hütter ja letzte Woche auf der Pressekonferenz nochmal gefragt worden ist, wie denn die Thematik wäre, weil ich war es ich glaube sogar die Bild-Zeitung, die irgendwie gesagt hat, man wäre sich, also Gladbach wäre sich mit Hütter irgendwie einig und man hätte es halt nur noch nicht offiziell gemacht. Woraufhin er gesagt hat, so nach dem Motto, ja, ich stehe zu dem, ich brauche die Frage jetzt nicht jede Woche zu beantworten, ich stehe zu dem, was ich da gesagt habe, Punkt, Ende, aus. Was ich glaube du fandst, ist zu dem Zeitpunkt, dass du gesagt hast, ey, ist doch eine klare Aussage und alles fein, kann ich mit leben. Ist das immer noch so oder kriegst du da ein bisschen mehr Bedenken, was diese Hütter-Thematik angeht? Ja, was heißt mehr Bedenken? Ich bin immer noch, wie soll ich sagen, also ich glaube schon, dass man das ihm um die Ohren werfen könnte, diese Aussage, von wegen ich stehe zu meinem Wort, weil er bei Sky 90 gesagt hat, er bleibt. Aber es ist jetzt, so naiv bin ich nicht, dass ich sage, der bleibt auf jeden Fall, das hat er gesagt, ha ha ha, natürlich weiß ich, dass am Ende alles passieren kann. Gladbach ist dann halt so ein Ding, da muss man erstmal viermal drüber nachdenken, ob es Sinn macht und vielleicht lernert man beim zweiten oder dritten Mal dabei, dass es eventuell halt auch sein könnte. Da gibt es Gerüchte, dass Bobic mit ihm mit nach Berlin nehmen will und so weiter und so weiter. Am Ende ist es so, dass ich, ich kann mir halt alles vorstellen und ich will halt bei Rollt aufpassen, dass ich mich da nicht verrückt machen lasse, weil man halt trotzdem auch noch davon ausgehen kann, dass er bleibt. Ich kann auch sein, dass der einfach abgefuckt war und keinen Bock hat, dass jedem Johnny, der ihn jetzt fragt, dazu sagen, ich bleibe jetzt oder weil er halt auch weiß, dass wir, keine Ahnung, vielleicht kommt in drei Wochen ein Angebot von RB Leipzig, weil irgendwelche anderen Trainer wohin wechseln und er dann das sich nicht um die Ohren hauen lassen will. Aber ich glaube, dieses Gladbach-Gerücht zum Beispiel hat er, glaube ich, so süffisant kommentiert mit, ja, ich dachte, Xavier Alonso ist da Trainer. Dass man da schon sagen kann, wer weiß, ob das stimmt, aber gleichzeitig gibt es natürlich auch Artikel, die sehr konkret scheinen. Am Ende ist es so, ich kann es dir nicht sagen und das ist so und ich habe auch irgendwie gar keinen Bock, darüber zu sprechen. so, also, weil ich mir dann denke, gut, die Situation ist gerade irgendwie zu wichtig, als dass wir uns da jetzt irgendwie selber Unruhe reinbringen lassen, wie das eventuell bei Gladbach passiert ist. Also Gladbach hat es ja erlebt, die sind ja komplett abgeschmiert, als die Diskussionen angefangen haben. Deswegen soll die Eintracht das, genau wie die es bei Bobic hinbekommen hat, einfach weiterspielen, gewinnen, fertig und dann irgendwas wird schon passieren. Wer ist denn, also, wer ist denn eigentlich jetzt dann der starke Mann bei der Eintracht, der so, sowas, also, wer entscheidet denn da jetzt? Ich meine, Hübner weg, Bobic weg, wenn Hüther selbst zur Disposition steht, äh, Stäubing weg, wer ist denn, wer ist denn, wer macht denn die Calls? Wer ist denn der Shotcaller gerade bei der Eintracht? Das ist, das was mich ehrlich gesagt am meisten nervt, dass gerade so viel, weil so eine Personal, hier so Bobic, okay geht, finden wir einen Ersatz oder so, aber jetzt, wer plant denn die nächste Saison? Ich meine, wir reden hier von einem eventuellen Champions League Kader, der geformt werden muss, Verträge, Spieler und so, das, das macht mich irgendwie nervös. Ja, nicht nur das, sondern auch tatsächlich in dieser, in dieser Frage so, okay, wer verhandelt denn jetzt vielleicht mit einem Trainer oder mit einem zukünftigen neuen Sportvorstand? Also du hast halt da auch gerade auf der Vorstandsseite wenig Leute, die irgendwie agieren. Du siehst halt Holzer da immer wieder auftauchen namentlich, aber der ist ja eigentlich Aufsichtsrat, der ist da ja eigentlich auch eher Kontrollinstanz und ist ja nicht Teil des Vorstands. Also das ist halt ja auch gerade alles wieder so ein bisschen wirre. Da gibt es glaube ich gerade keinen, der das tatsächlich macht, was mich tatsächlich auch benötigt. Genau, das ist ja das, was ich meine, so du musst ja irgendeiner muss ja ein Konzept verfolgen oder irgendeine Vision oder irgendwie, ich meine, es wird schon geben, die werden ja mit Kandidaten sprechen, nur wer ist da die treibende Kraft? Wer sagt denn, wer trifft denn jetzt die Entscheidung? Was passt, was passt nicht? Und deshalb, wenn Hüther, also ich hätte mir gedacht, wenn Klaas das Hüther bleibt, dass er dann da auch vielleicht mitreden kann oder Vorschläge machen kann oder so, aber wenn er auch sozusagen zur Disposition steht, dann frage ich mich halt, wer ist denn derjenige, der sagt, Leute, wir wollen doch so und so spielen oder wir machen das doch so und so und wir haben doch den und den Plan. Das macht mir eigentlich mehr Sorgen, dass es gerade so viele Bausteine sind, die ungewiss sind. Und daran nervt mich tatsächlich so ein bisschen beim Hüther, dass du kannst das ja, das Thema beerdigen, wenn du willst. Also du kannst, das ist ja in seiner Hand, das Thema zu, komplett zu beenden und das macht er nicht. Und das nervt mich. Jetzt kann man sagen, er hat er ja schon, aber ey, wenn mich einer fragt, bist du auch nächste Woche noch Vater von deinen Kindern? Dann sage ich, ja, klar, was denn sonst? So, und da gibt es dann auch keine Diskussion. Aber er sagt, ja, habe ich schon gesagt und ich muss jetzt nicht immer meine Meinung dazu sagen und er lässt sich so, also er könnte ganz klar sagen, wenn wir Champions League spielen oder wenn die Eintracht international spielt, bin ich auf jeden Fall hier am Start, ganz klar. Es sei dann, es kommt Man City. So, also keine Ahnung, es steht ihm ja frei, gewisse Sachen zu sagen und damit auch, Diskussionen im Keim zu ersticken und dass er das nicht macht, lädt dann natürlich die Journalisten zu Spekulationen ein und ich glaube, dass es in der Tat auch so ist, auch ähnlich wie es Basti gesagt hat, dass er, es muss ja nicht mal Gladbach sein. Gladbach leuchtet mir tatsächlich von all den Ideen, die es so gibt, überhaupt nicht ein, weil es einfach sportlich keine Verbesserung ist. Es ist auch nicht, es ist auch keine perspektivische Verbesserung, so wie man vielleicht das bei Hertha sagen könnte, dass du sagen kannst, okay, die sind jetzt sportlich schlechter, aber in zwei, drei Jahren könnte es schon sein, mit der Kohle, dass die auf einem anderen Niveau sind. Also selbst das ist bei Gladbach nicht gegeben. Ich sehe Gladbach nicht jetzt auf Jahre uns voraus, also die sind bestenfalls auf Augenhöhe, wenn die nicht mal die Euro-League erreichen, dann kann es auch sein, dass die viele Starspieler verlieren. Ich sehe da nicht, dass das sicher ist, dass die dann nächste Saison wieder um die Champions League spielen. Also das leuchtet mir überhaupt nicht ein, dass es aber andere Vereine noch gibt. Jetzt muss er nicht nur aus Deutschland sein, aber auch in Deutschland, wenn Hansi Flick geht, was passiert mit Nagelsmann, was passiert mit Red Bull und, und, und. Dass sich Hüther da eben vielleicht auch noch ein Türchen offen lassen will und aus dieser Kovac-Geschichte gelernt hat und eben nicht will, dass ihm das um die Ohren fliegt. Das finde ich, kann man da schon auch rein interpretieren. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob Gladbach, also du sagst, sie sind, wenn überhaupt, mit uns auf Augenhöhe. Ich glaube, dass Gladbach auf jeden Fall uns noch ein, zwei Schritte voraus ist. Echt? Ja. Woran machst du das fest? An was? Ich glaube, dass die einfach uns, diese Entwicklung, das sind, glaube ich, zwei Mannschaften mit ähnlichen Voraussetzungen beziehungsweise die Eintracht wahrscheinlich, was Umfeld und Fans betrifft, noch ein bisschen besseres, auch wirtschaftliches Umfeld. Also ich glaube nicht, dass da in der Region Gladbach unglaublich krasse Sponsoren sind, die dich dann irgendwie auf ein anderes Level pushen. Also das heißt, die haben auch eine Glasdecke, aber die haben diese Glasdecke schon ziemlich krass gut, 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 überhaupt erreicht. Und dadurch sind die, glaube ich, der Eintracht in der Entwicklung, was solche Mannschaften betrifft, die für sich selber sorgen müssen, aber nicht Bayern oder Dortmund sind. So die, alle, die da immer rumgeistern in den ersten zehn Plätzen, haben die das schon richtig gut gemacht. Und ich glaube einfach, dass die dadurch, dass die uns zwei, drei Jahre voraus sind, was diese Entwicklung betrifft, einfach mehr Fundament in ihrem Kader haben, dass die mit E-Ball einen starken Mann haben, der weiß, was passiert und dass denen halt die Spieler gehören. Also das heißt, du hast gesagt, die könnten natürlich die Spieler verlieren, aber das wird denen safe vergoldet dann. Und das sehe ich bei der Eintracht aktuell nicht so krass. Also ich glaube schon, dass Gladbach noch mehr Substanz hat, was das betrifft. Champions League Erfahrung und Kader und Entwicklung, die werden für Neuhaus safe richtig viel Cash kriegen. die haben Thuram, die haben Player. Also ich glaube schon, Zakaria, also ich glaube schon, dass die... Die haben alle nichts gerissen diese Saison. Ja, kann ja aber auch Gründe haben. Champions League, Corona, Trainerstress, bla bla bla. Aber ich glaube nicht, dass eine Schlechte-Gladbach-Saison und eine gute Eintracht-Saison das aufhebt, was Gladbach in den letzten Jahren aufgeholt hat. Aber hört sich jetzt so an, als wenn ich verstehen würde, wenn er nach Gladbach geht, weil das würde ich nicht verstehen. Weil dafür ist der Schritt dann nicht groß genug, jetzt mal ganz im Ernst. Weil ich habe auch gesagt, Gladbach ist jetzt nicht so, dass du denkst, wie du es gesagt hast, Stadt Berlin, unendlich Cash durch diesen windigen Johnny da, da ist die Glasdecke ein bisschen weiter höher. Ich glaube, Gladbach hat das schon quasi ans Maximum getrieben, was für die drin ist. Also ich glaube nicht, dass wenn Hütter da hingeht, was will der da entwickeln? Will der Gladbach zur zweitstärksten Kraft in Deutschland machen? Also was ist da? Gladbach ist Gladbach, das ist immer noch ein Dorf. Da ist nicht so unglaublich viel Sponsorenpower dann noch. Also du kannst da glaube ich in Gladbach nicht diesen nächsten Schritt gehen, den er sich vorstellt. Will der, was will der erreichen? Oder wenn er mit Eintracht die Champions League erreicht, viel mehr wird er mit Gladbach auch nicht erreichen. Also was ist das, was ist so das Ding? Der wird safe aus Gladbach keinen deutschen Meister machen, so. Und ja, wenn dann glaube ich, wenn er gehen will, sollte oder Karriere geil ist oder Plan hat, dann muss er tatsächlich nach Leipzig gehen oder eventuell sogar, ich habe auch gelesen, dass er ein großer Fan der Premier League sein soll, aber ich weiß nicht, ob er dafür überhaupt schon bereit ist. Also Leipzig würde ich verstehen, aus, ja zumindest aus sportlichen Gründen, aber Gladbach. Zumindest was die Entwicklungsmöglichkeiten angeht. Gladbach ist tatsächlich, wie du sagst, wahrscheinlich was die Weiterentwicklung angeht, schon sehr weit oben an ihrem Limit angekommen. Da hast du nur noch Nuancen, da gibt es nicht mehr viel. Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass ja viele Leute auch immer sagen, Hütter ist nicht so der Trainer, der jetzt irgendwie eine Lifetime bei einem Verein verbringt. Dafür lohnt sich Gladbach ja dann erst recht nicht. Also, wenn er jetzt meinetwegen dort sich weiterentwickeln will, eins, zwei, meinetwegen drei Jahre, um dann, keine Ahnung, in die Premier League zu gehen oder sonst was, dann, da wird er halt, wie Basti gesagt hat, nichts aufbauen, also nichts Krasses aufbauen können. Also, das lohnt sich einfach nicht, zu so einem Verein zu gehen und dann aber wirklich nur zwei Jahre zu bleiben oder so, das so als Zwischenschritt zu nehmen, da sehe ich es gar nicht. Also, ich könnte es halt ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, was es für Gründe hätte, wenn es so ist. Wird man vielleicht auch noch erläutern, falls es denn wirklich so kommt, aber so jetzt auf Anhieb sehe ich da jetzt nichts. Was vielleicht so ein Grund sein könnte, könnte natürlich die Beständigkeit sein. Ich meine, du hast, wie gesagt, mit Gladbach dann wahrscheinlich einen Klub, der relativ ausgereift ist, was sein Entwicklungspotenzial angeht, die jetzt vielleicht dieses Jahr eine schlechte Saison haben, aber wo schon davon auszugehen ist, dass es in den nächsten Jahren wieder besser wird, womit du dich halt für einen Sprung in eine andere europäische Liga ein Stück weit vielleicht mehr empfehlen kannst. Aber ist es so beständig, wenn du so eine schlechte Saison reinballerst, weil wenn man schon an Dortmund denkt, die nochmal eine Stufe größer sind als Gladbach und die haben schon sehr, sehr krasse Schwankungen drin, weiß ich nicht, wie stabil das in Gladbach tatsächlich schon ist. Ey, man darf auch nicht vergessen, wir haben immer noch Corona und du hast jetzt einen teuren Kader, du hast Mindereinnahmen, du spielst vielleicht nicht mal Euroleague, also kein internationaler Wettbewerb. Ja gut, das stimmt natürlich auch so. Da kommen finanziell, kommt da schon ein bisschen was auf Gladbach zu. Die haben keinen Mäzen im Hintergrund, der da jetzt mal eben ausgleichen kann. Also ich sehe das nicht so. Das ist schon momentan nicht eine geile Situation unbedingt für Gladbach. Die werden safe ein paar Leistungsträger verlieren. Neuhaus, klar kriegen die dann dafür Kohle, aber ob da jetzt so viel mehr Potenzial ist als bei uns mit Silva, Kostic, Indika. Wir haben die Champions League-Millionen, wir sind generell wirtschaftlich, sind wir echt gut da, Stadion wird ausgebaut. Die Eintracht ist einfach auf dem Weg nach oben und ich sehe da einfach nicht, also ich habe natürlich die Vereinsbrille auf, aber ich check's einfach nicht. Ja, von daher hättest du natürlich auch... Du hast mit Hertha einen Verein, der jetzt am, wenn die die Klasse halten, wovon ich jetzt mal ausgehe, einen Verein, der nächste Saison wieder ordentlich raufpacken wird mit Bobic dann an der Spitze. Du wirst mit Leverkusen, Dortmund, Leipzig, uns... Also für Gladbach ist es nicht so, dass die ein Abo auf Champions League haben. Das ist... Das sehe ich nicht so, dass die jetzt nur mal eine schlechte Saison haben und dann aber wieder oben mit dabei sind. Also Gladbach muss eher aufpassen, dass die nicht so einen Bremer-Weg gehen oder so, meiner Meinung nach. Klar kann auch passieren. Also wie gesagt, ich würde den Schritt auch nicht verstehen, weil dafür wäre er mir nicht groß genug und ich glaube ehrlich gesagt, dass die Glasdecke von Eintracht eigentlich auch höher ist. Also ich glaube, die Entwicklung, die Gladbach gemacht hat, steht bei denen schneller an der Decke als bei uns, weil du hast hier eine internationale Stadt, du hast hier ein sehr, sehr krasses Umfeld. Das heißt, du könntest, wenn du richtig Bock hast, könntest du aus der Eintracht schon einen Verein machen, der immer um die internationalen Plätze mitspielt, wo du dann auch hier einen Partner hast, die dich dann dabei unterstützen. Ich glaube schon, dass Eintracht Frankfurt als Sponsor ein interessanterer Verein ist als Gladbach. Und ich glaube schon, dass die Eintracht, was das betrifft, ist, wenn die ähnliche Entwicklungen gehen würden wie Gladbach, wenn du dich entwickeln willst und zusammen mit der Mannschaft, dann hier. Also ich würde den Move nach Gladbach nicht verstehen, müsste ich aber dann auch nicht. Das würde Hütter ja nicht interessieren, was ich davon halte. Deswegen, Etienne hat es gesagt, er hätte das beenden können. Er hätte gesagt, ganz ehrlich, was labert die? Ich bleibe ganz safe nächste Saison. Aber ich glaube, dass er das nicht macht, weil er das A weiß und weil er eventuell, wie das halt so ist, wir dürfen auch nicht davon ausgehen, dass die A selber immer alles direkt wissen. Also wenn jetzt einer zu dir kommt und sagt, Etienne, hör mal zu, ich mache dir das und das Angebot, dann weißt du ja auch nicht fünf Sekunden später, okay, mache ich. Sondern so, dann denkst du dir, okay, krass, dann müsste ich jetzt abwägen. Die spannende Frage ist ja wahrscheinlich ja noch eher, welches Angebot liegt dann noch nebendran? Also du kannst dich ja jetzt sprechen. Oder welches deutet sich vielleicht an? Wir hören es doch immer so, der Berater hat da vorgefühlt, Mittelsmänner haben da Interesse hinterlegt. So, wir kennen alle, diese Prozesse dauern ja auch manchmal mehrere Wochen. Und wenn jetzt irgendeiner mal, weiß ich nicht, irgendwo saß, mit einem Aktenkoffer, hat sich neben dem auf die Bank gesetzt und hat gesagt, hier, da drin ist ein eventuelles Angebot von RB Leipzig, falls Flick Nationaltrainer wird im Nagelzimmer im Bayern-Trainer. Halten Sie sich bereit. Kann ja sein, dass das in irgendeiner Weise bei ihm gelandet ist oder dass, was weiß ich was, oder dass, keine Ahnung, dass er vielleicht auch erstmal warten will, wäre jetzt ein neuer Sportvorstand bei der Eintracht. Alles mögliche so. Also ich glaube, dass... Sicherheit ein Stück weit warten wollen. Und auf der anderen Seite kann ich mir durchaus vorstellen, dass dann auch ein Aufsichtsrat, bevor der da einen Sportvorstand hinstellt, auch erstmal klären will, so nach dem Motto, ey, wie sieht's denn mit dir aus? Weil da hast du natürlich dann da auch dieses, diese Dreiecks-Thematik, dass der Trainer vielleicht wartet auf den Sportvorstand und der Aufsichtsrat keinen Bock hat, einen Sportvorstand da hinzustellen, der nur dem Trainer gefällt, wenn der Trainer dann aber nachher sagt so, ey, anderes Angebot war dann doch irgendwie geiler. Also dann bist du da halt auch gerade in der ganz höhere Zwickmühle. Wir drehen's jetzt mal komplett um. Vielleicht hat die Eintracht auch keinen Bock mehr am Fütter, weil die noch einen geileren anderen am Start hat. Das kann natürlich auch sein. Flick. Ralf Hasenhüttl. Keine Ahnung, Jürgen Klopp auch wieder hier ein bisschen in die Gegend kommen. Nachdem er ja gerade irgendwie 2-0 mit Liverpool gegen Real verliert. Ach, keine Ahnung. Ich glaube, wir werden's erleben. Also es werden, Etienne hat's ja vorhin gesagt, so, wer hat jetzt überhaupt den Hut auf? Es werden unglaublich interessante Wochen, nicht nur sportlich, sondern auch was an neben dem Platz so das betrifft, weil es kommt alles auf einmal. Du hast eine sehr, sehr krasse Ausgangsposition, dass du eventuell in nächstes Jahr Champions League oder zumindest international spielst, deinen Sportvorstand wechselst, dein Trainer ist, wackelt. Damit wackeln natürlich auch Spieler. Das darf man nicht vergessen. Ich glaube schon, dass es möglich ist, dass die Eintracht die erfolgreichste Saison aller Zeiten spielt und trotzdem wieder diesen, was wir halt kennen, Umbruch vor sich hat und das wird gerade dann in Corona-Zeiten, das wird eine unglaublich spannende Zeit, weil Etienne hat's ja auch gesagt, nicht nur bei uns ist Corona, sondern es gibt Vereine, die leiden, glaube ich, noch mehr darunter. Das ist korrekt. Da finden eventuell Verschiebungen statt, wo du dich halt positionieren kannst und da, boah, das ist knackig alles. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Kurze Zwischenfrage, wurde denn jetzt nochmal von uns so ein bisschen thematisiert, Etiennes Frage, wer hat denn den Hut da auf momentan? Wir sind ja von dieser Thematik, von der Frage sind wir auf die Hütter, aufs Hübter-Thema gesprungen, sozusagen, weil wir gesagt haben, es wäre natürlich, wenn er ein bisschen klarer sagen würde, ich bin noch da, bla bla bla, könnte man sich darauf verlassen, dass der eine führende Rolle einnimmt. Jetzt haben wir ja hier dieses Vakuum oder wollen wir es lieber gar nicht so weit jetzt weiter spinnen und sagen einfach, okay, Ben Manga ist da vielleicht, hat ein bisschen mehr Macht jetzt schon und keine Ahnung, die vorhandenen, ob das dann Hellmann macht, der ein bisschen fremd versucht, weg von Marketing und Kommunikation da auch im Thema Sport sich zu etablieren, Holzer, der vielleicht da Sachen macht, keine Ahnung, ich bin wirklich da auch extrem überfragt, deshalb wäre es schon spannend gewesen, wieder eure Takes zu sehen, denn ich muss auch sagen, wir haben ja in der Folge, als es damals bekannt wurde oder wir auch gesagt haben, okay, scheinbar Bobbitt scheint jetzt zu gehen, war ja auch die Frage, oh, wir brauchen jetzt sofort jemanden, der da kommt, oh, hoffentlich haben sie da jemanden in der Pipeline, aber wir sehen ja, es ist zumindest nach außen hin ja wenig bekannt, wer denkt ihr von den Leuten, die jetzt noch da sind, wer übernimmt da momentan wirklich eine tragende Rolle? Ich habe eine klare Meinung, keiner. Lieber René? Keiner. Also momentan ist das für mich aktuelles, absolutes Vakuum, es hat sich keiner dahingestellt und es wurde auch keiner irgendwie in eine Position geschoben, dass er das tun kann, sondern die sind alle gerade so ein bisschen hier Beamten-Mikado-mäßig unterwegs, wer sich zuerst bewegt, verliert und momentan passiert da nichts und das macht mir gerade ernsthaft Sorgen, ja. Ich kenne die Frage. Wie ist dein Take? Ich kenne nicht die Frage. Okay, Basti? Keine Ahnung. Ja, same. Ist schwierig. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, teilen die sich das auf? Haben die intern jetzt irgendwie jemanden ausgemacht, der jetzt so interimsmäßig das managt, aber es nicht nach außen getragen? Ich weiß es nicht. Haben sie schon jemand in der Hinterhand vielleicht, von dem wir gar nicht wissen, der aber schon irgendwie so halb drin ist, was bekannt gemacht wird, wenn dann der Bobic-Abschied durch ist? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber irgendwie, mich stört das tatsächlich auch ein bisschen, weil ich mir auch oft so Gedanken drüber mache, vor allem jetzt, wo ihr gesagt habt, klar, Corona ist bei jedem, aber es trifft andere Vereine vielleicht härter als die Eintracht und die Eintracht kann sich positionieren. Wäre irgendwie beruhigender zu wissen, dass man da ein eingespieltes Team hat, was auch die letzten Jahre schon gute Arbeit geleistet hat und das ausnutzen kann, so ein bisschen, ist momentan halt nicht so, deswegen sehr anstrengend und ja, jetzt habe ich viel geredet, aber letztendlich kommt es darauf hinaus, dass ich keine Ahnung habe. Ja, aber es ist halt auch ein Thema, was man ja eigentlich relativ einfach lösen könnte. Man könnte ja jetzt einfach sagen, man nimmt jetzt einen von den beiden, die noch da sind, wahrscheinlich dann an der Stelle in Hellmann, weil er irgendwie die stärkere Position hat und sagt, okay, der ist jetzt hier Sprecher des Vorstands, der entscheidet am Ende und Manga berät sportlich, bis diese ganze Thematik geklärt ist und fertig. Also das kann man ja kommunikativ irgendwie dahin zimmern und sagen, so ist das jetzt, bis alles andere geklärt ist, machen wir das jetzt so und das tun sie nicht und ich verstehe nicht, warum. Also ich denke mal, dass jetzt, also Transfermarkt.de schreibt jetzt auch, was Patrizia eben schon auch gesagt hat, dass wohl bis Ende der Woche eine Einigung mit Bobic wohl stattfinden soll. Die schreiben auch, dass es wohl, dass die Eintracht von den fünf Millionen abrückt, aber okay. Ja gut, die wollen natürlich jetzt auch nicht, dass diese Diskussion jetzt unendlich in die Länge gezogen wird, weil irgendwann müssen sie ja diese Thematik da aufmachen. Und ich denke mal, ja, wenn das Thema vom Tisch ist, also wenn da wirklich dann jetzt gesagt wird, okay, Bobic geht Ende des Jahres, wir kriegen was auch immer drei Millionen und dass dann vielleicht auch relativ schnell schon dann der Nachfolger präsentiert wird, wer weiß, was da im Hintergrund alles für Gespräche laufen, da wurde ja so ziemlich jeder Manager im Umkreis von 3000 Kilometern schon einmal genannt und dann wird es vielleicht dann schnell eine neue Person geben und wenn die feststeht, dann kann es ja auch schon wieder vorangehen, weil die kann ja dann konkret schon mit dem Trainer sprechen und mit Ben Manga sprechen und keine Ahnung, also insofern kann das jetzt auch schnell gehen. Nur es muss auch mal langsam was passieren. So ein bisschen hat man das Gefühl, dass die Hübner wieder so ein bisschen vorschicken. Also ich habe von Hübner gefühlt gar nichts gehört oder gar nichts mehr gehört und plötzlich äußert er sich plötzlich wieder. Also Hübner ist momentan derjenige, der so ja, der sich zu aber tatsächlich kann mir das mal einer erklären. Ich habe das nicht so ganz verstanden. Ich hatte immer gedacht, Hübner geht wegen Bobic, weil Bobic eigentlich den nie so richtig wollte und er ihn gelassen hat, weil er halt ein enger Vertrauter ist von Hütter. Aber jetzt, wo Bobic geht, kann ja Hübner eigentlich bleiben oder geht Hübner aus eigenen Stücken mal keinen Bock mehr zu arbeiten? Boah, das weiß ich nicht. Bei Hübner hat man das immer mal gehört, dass der auch tatsächlich mehr Zeit mit der Familie verbringen wollte. Oder vielleicht hat er auch ein interessantes Angebot, wo er dann quasi der Chef ist, weil ich glaube nicht, dass die Hübner zum Sportvorstand machen würden. Da hat sich dann wahrscheinlich so ein bisschen ausgefranst, beziehungsweise hat die Eintracht ja auch, vielleicht wollten dann beide Seiten einfach einen neuen Impuls, aber das war ja ziemlich friedlich so. Ich glaube aber nicht, dass er jetzt hervorkommt und sagt, ach Bobic ist weg, jetzt bin ich hier wieder im Game. Also ich glaube, das wird jetzt auslaufen mit ihm, aber mit ihm kannst du halt noch planen lassen, weil ihm brauchst du nicht unterstellen, dass er jetzt schon andere Interessen hat, sondern sagst halt, hier es gibt Sportlich-Team, die Sachen zu machen, regle es bitte. Und dann, ja trotzdem, ändert nichts daran, dass es schnell geklärt werden muss. Und das weiß die Eintracht ja auch wahrscheinlich, rückt sie deswegen auch von diesen Forderungen ab, was ich ein bisschen, was ich verstehen kann, aber es trotzdem blöd ist. So, weil was will die Hertha denn? Zahlt ja auch an anderen Stellen voll viel Geld und wenn man dann hört, dass Bobic der Verhandlungsführer ist und die Hertha selber sich nicht mehr meldet, so. Das ist halt eine schlechte Verhandlungsposition für die Eintracht, obwohl sie diejenigen sind, die den Vertrag haben, aber dadurch, dass die nächste Saison geplant werden muss, ist die Eintracht in einer scheiß Situation. Und das weiß auch Bobic und das weiß auch die Hertha. Du hast halt jetzt viele Faktoren. Einmal diese neue Saison, die geplant werden muss, dann hast du vielleicht auch diese Trainer-Thematik, die dann auch eventuell davon abhängig ist. Du willst jetzt auch in diesen letzten sieben Spieltagen, die ja jetzt auch nicht alles irgendwie zerschießen, weil du jetzt totale Unruhe da in den ganzen Laden reinbringst. Also sie sind halt jetzt einfach in einer sehr ungünstigen Position und müssen das jetzt irgendwie zeitnah klären. Und da hast du nicht mehr jetzt gliebig Zeit. Eine Frage zu der Aussage von Etienne. Hat die Eintracht wirklich eine schlechte Position, weil du kannst ja ganz normal deinen Vertrag mit dem nächsten Nachfolger machen und so weiter und kannst das abfrühstücken und ob dann der im Endeffekt musst du die Personalie nach draußen hintragen und so weiter um Ruhe reinzubringen, verstehe ich das schon. Aber von der internen Planung her ist das doch eigentlich Wurst. Also das ist eh bekannt. Jeder weiß es. Na ja, gut, die kriegen dann noch und jetzt geht es nur darum, wir wollen unsere fünf Millionen haben und dann ist es okay. Ich glaube nicht, dass das unbedingt meinst du, aus welcher Sicht meinst du, dass das blockieren könnte? Die Frage ging jetzt an Etienne oder was? Die Frage ging an Etienne, ja. Moment, dass was blockieren könnte, das habe ich jetzt nicht verstanden. Dass Bobic noch da ist. Ich hatte deine Aussage jetzt so verstanden, dass die jetzt eigentlich in einer schlechten Situation sind, auch so vom Preislichen her, weil die jetzt schnell einen Abschluss haben wollen und deshalb vielleicht von der Kohle abrücken. Naja, du kannst ja... Müssen die wirklich schnell einen Abschluss... Was heißt schnell? Sie müssen Bobic erstmal loswerden, bevor sie quasi den neuen Vorstand haben, weil irgendwie müssen ja Verträge unterschrieben werden und Gespräche geführt werden und solange zumindest die offizielle Narrative ist, ja, Bobic bleibt und erfüllt seinen Vertrag, das war ja das letzte Stand. Okay, jetzt verstehe ich, was du meinst, okay. Solange hast du ja so eine Sitting oder so eine Lame Duck da im... Ja, 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 hast recht. Und Bobic hat ja dann auch ganz schnell gesagt, nö, dann erfülle ich meinen Vertrag. Also das riecht ja, das ist ja eigentlich untypisch für Bobic, wenn man normalerweise in den Angriffsmodus geht und das wirkt schon so, als ob ihm da einer gesagt hat, naja, gut, dann spielst du halt auf Zeit. Die werden schon, die wissen ja, was du willst. Die wissen auch von unserem Interesse und die werden sich schon bewegen, weil die wollen Klarheit. Das glaube ich schon, dass das... Ja, aber weiß ich nicht. Du kannst auch umdrehen und sagen, ihr wollt ja planen, ganz ehrlich. Also die Hertha muss ja auch eine Saison planen. Ich finde nicht, dass die Hertha da in irgendeiner komfortablen Situation ist, weil genau das Gleiche, was wir hier sagen, müssten die sich auch sagen. Umso schneller er da ist, umso besser kann er die Saison da planen und alles Mögliche und arbeiten. Die andere kann jetzt einfach einen Nachfolger holen und sich dann Zeit lassen und sagen, er zahlt halt das Geld und etwas Schlimmes, was passiert ist, dann gut, dann ist Bobic halt hier ein Jahr Frühstücksdirektor, wenn er das unbedingt will. Ja, aber du müsstest halt tatsächlich jemanden holen und nebendran stellen, der sich dann um dieses ganze Thema kümmert. Aber er hat ja das Amt inne. Ja gut, aber das kann man mit Sicherheit, das kann man ja klären. Ja gut, aber das musst du halt auch vertraglich klären, weil momentan hast du ja die Konzentration in diesem Vorstand, der Eintracht, dass du diese drei Personen hast und die alle gleichermaßen berechtigt sind. Da ist keiner, der irgendwie mehr zu sagen hat als die anderen beiden. Ja, ich weiß nicht, ob man da am Ende wird das wie immer sein, aber ich finde schon nicht, dass man sagen kann, dass die Härte da in einer komfortablen Situation ist, weil die wollen auch so schnell wie möglich und ich finde es ein bisschen respektlos von denen auch, dass die da selber nicht vorstellig werden und nur Bobic das alles machen lassen, der scheinbar für sich selber da verhandelt. Also weiß nicht, wenn die Härte ihn will, sollen die sagen, hallo, wir würden ihn gerne haben, wie viel Geld wollt ihr haben, dann sagen wir Preis X und sagen, ja, können wir da noch was machen und dann kann es sich einigen. Aber die wollen ja auch selber irgendwie planen. Also von da, ich sehe da keine Seite in einer komfortablen Situation, ehrlich gesagt, weil Bobic ja auch, ich meine eigentlich, hofft man ja trotzdem, dass die sich irgendwie einigen und dass es trotzdem nicht so abläuft, dass Bobic jetzt da irgendwie bösartig das aussitzt und sagt, ja, die werden jetzt umso länger als dort und so weiter wird der Preis runtergehen. Okay, aber Basti dann mal anders gefragt, warum sollte die Eintracht dann von den 5 Millionen runtergehen? Habe ich ja gesagt, würde ich nicht machen. Naja, aber also wenn der Artikel stimmt, machen sie es aber. Also es muss ja irgendeinen Grund geben, warum sie das machen, wenn sie es nicht müssten und da fällt mir jetzt nicht so viel ein. Ja, vielleicht, weil die, wie ich es gesagt habe, ich kann es ja verstehen, wenn die Ruhe haben wollen und diese Planungen voranschreiten wollen, aber ich habe nur gesagt, dass man da nicht vergessen darf, dass Härte auch nicht in der komfortabelsten Situation von allen ist. Also ich kann es mir eigentlich nur in einer Konstellation vorstellen und das ist die, dass man zum einen jetzt Ruhe reinhaben will, aber zum anderen auch einen Kandidaten hat, von dem man zumindest irgendwie eine mündliche Zusage hat, der diesen Posten übernimmt und man den jetzt relativ schnell da auch ins Amt bringen will, um eben eine saubere Planung für das nächste Jahr zu haben und deswegen da so ein bisschen drauf drückt und das halt einfach dann eine Wirtschaftlichkeitsberechnung ist, wo man sagt so, okay, sind wir auch zufrieden, wenn wir dreieinhalb Millionen kriegen anstatt fünf. Und dafür aber jetzt relativ schnell fürs nächste Jahr planen können plus eben Ruhe haben. Das wäre die einzige Konstellation, in der ich sagen würde, okay, das macht Sinn. Und da fällt auch nicht vergessen, dass die Härte auch in der Liga immer noch in einer recht fragwürdigen Situation sind. Die sind, glaube ich, zwei Punkte vom Relegationsplatz oder Abstiegsplatz entfernt. Korrekt. Und vielleicht zögert Mobitz auch deswegen. Ja, kann auch sein. Kann ich da bleiben. Aber kann auch sein, dass die Härte deshalb das auch noch als Argument nutzt oder ey, keine Ahnung. Letztendlich, wir wissen es eh nicht, wir werden es wahrscheinlich auch nie erfahren. Ich hoffe einfach nur, dass sich das Thema jetzt hoffentlich dann, wenn diese Meldungen, die da jetzt auf Transfermarkt und Bild und so stehen, dass das dann einfach jetzt schnell geht. Ich will, dass das jetzt abgehakt ist, damit man dann eben auch das nächste Thema Hütter nämlich unter Dach und Fach bringen kann. Und ich sage jetzt mal abschließend, ich glaube, wenn wir Champions League spielen, dass Hütter auf jeden Fall noch eine Saison bleibt und sich sagt, ich gebe mir den Jungs noch, die Champions League gebe ich mir noch. Ich habe jetzt nicht ein Jahr umsonst im leeren Frankfurter Stadion gestanden, um mir dann Champions League mit Frankfurt-Fans entgehen zu lassen. Aber vielleicht ist das auch sehr romantisch von mir. Es wäre aber eine romantische Vorstellung, die ich teilnehmen könnte. Ich bin nicht gut und endlich mal weg von der Euphoriebremse. Ja, ja, gehe ich auch. Gehe ich mit. Vor der Fahrt voraus. Ja. Gut, dann lass uns das Thema abhaken. Wir können ja dann mal gucken, was jetzt im Laufe der nächsten Tage dort entschieden wird und dann werden wir das Thema hier auf jeden Fall wieder aufgreifen. Und damit kommen wir zu den Empfehlungen. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Und natürlich Patricia und Etienne diese Woche. Ich habe hier zwei auf dem Zettel stehen, die trage ich schon mal vor. In der Zwischenzeit könnt ihr euch überlegen, was ihr noch an Empfehlungen habt. Einmal möchten wir noch mal auf einen Artikel verweisen, der im Clubmagazin der Eintracht erschienen ist. Der ist schon ein bisschen älter, der ist vom achten, dritten und zwar geht es da um dieses Thema Frauen im Fußball und dort noch mal den Hinweis auf den Verein Lotte Specht e.V., die sich zur Aufgabe gemacht haben, Frauen und Mädchen in diesem Fußballkosmos mehr Aufmerksamkeit bieten zu können. Und die hatten so ein bisschen einen schwierigen Start, weil exakt irgendwie so zwei Tage bevor diese Lockdown-Thematik kam und man sich irgendwie nicht mehr treffen durfte und so weiter, haben die quasi diesen Verein gegründet. Das heißt, die sind jetzt quasi so im ersten Jahr, was für so ein Verein ja immer kritisch ist, wo man ganz viel irgendwie machen will und machen muss, das alles jetzt so ein bisschen gehemmt daherläuft. Von daher fand ich diesen Artikel noch mal sehr interessant und wer sich mit diesem Thema noch mal beschäftigen möchte, der kann sich da noch mal reinlesen. Ich fand den recht interessant, ich verlinke euch den. Und als zweites möchte ich euch die aktuelle Folge vom Heimspiel ans Herz legen. Da war der liebe Marvin wieder zu Gast. Ich weiß nicht, habt ihr die Folge von gestern gesehen? Ja, so war ich nicht. Genau. Geht zum einen auch um diese Thematik Hütter und Champions League etc. Geht aber auch zum anderen und das fand ich sehr spannend um das Thema Rassismus im Fußball. Unter anderem war Steffi Jones zugeschaltet, die dort noch mal so ein paar Sachen berichtet hat und wo auch Werbung gemacht wurde für eine Doku, die nächste Woche, übernächste Woche erscheint unter dem Titel Schwarzer Adler, wo es um dunkelhäutige Spieler, Spielerinnen in der Nationalmannschaft geht. Allein von diesem Trainer von dem Trailer her fand ich das schon ein sehr wichtiges, aber gleichzeitig auch bedrückendes Thema, wenn man so sieht, wie da teilweise umgegangen wurde und vielleicht auch zeitweise heutzutage noch umgegangen wird. Von daher schaut euch die aktuelle Folge vom Heimspiel an und auf jeden Fall diese Doku, wenn die kommt, die kommt, wenn ich es richtig verstanden habe, erst bei Amazon Prime und danach dann bei den Öffentlich-Rechtlichen mit ein bisschen Verzug. Den Trailer gibt es schon auf YouTube, den verlinke ich euch auch, ist ein sehr wichtiges Thema und sollte man auf jeden Fall reingucken. Oder was meinst du, Basti? Ja, ich fand es auch, also wie gesagt, die Heimspiel-Sendung ist gut, auf die Doku freue ich mich auch, bin ich sehr, sehr gespannt. Ja, wie gesagt, beim Heimspiel wurde genau auch über diese Hüter-Thematik gesprochen, also wer da noch mehr drüber reden will, kann sich die Sendung anschauen. Clefie-Jones wurde zugeschaltet, es war auch, es war eine sehr, sehr runde Sendung, muss ich sagen, mit Mafbo und wie gesagt, wann kommt diese Doku raus, weißt du, das habe ich jetzt vergessen, wann war es das ungefähr? Ich meine, irgendwann in den nächsten zwei, drei Wochen kommt die auf Ich glaube auch so Mitte, Ende April. Ja, ja, kommt die aber erst auf Amazon, also wenn ihr Amazon Prime habt, dann könnt ihr es euch dann da angucken und ich glaube mit vier Wochen Verzug dann in den Öffentlich-Rechtlichen. Genau so. So hatte ich das verstanden. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt. Auf jeden Fall eine spannende Geschichte. So, was habt ihr noch an Empfehlungen? Ich muss dann mal kurz nachdenken, was ich so die letzten Wochen gemacht habe. Kein Problem, wir haben noch ein paar andere Leute, die hier was empfehlen können. Etienne, was sollte man sich denn aktuell bei Rocket Beans unbedingt angucken? Ui, also unser Zugzwang-Schachturnier ist ja gerade zu Ende, falls es Schachfans gibt. Wer hat denn eigentlich gewonnen? Stefan Tietze. Okay. Wenn man den kennt hier vom Podcast UFO zum Beispiel und Autor von How to Sell Drugs Online Fast. Ja, ich muss sagen, ich bin ja komplett schachsüchtig mittlerweile geworden in der Pandemie und mag echt abends im Bett nochmal so ein, zwei Partien, auch wenn ich super schlecht bin und es einen wirklich zum Wahnsinn treibt, weil man kann ja niemanden verantwortlich machen, wenn man einfach Scheiße macht. Aber ja, das kann man sich auf jeden Fall angucken, wenn man ein Schachfan ist, kann man sich Zugzwang angucken. Ich würde nochmal Werbung machen für auch, äh, Basti möge es mir verzeihen, dass ich da Konkurrenz aufbaue, aber ich habe ein True Crime True Crime Podcast. Fawn. Fawn. Verbrechen ohne richtigen Namen. Ja, der Name ist super schlecht. Ähm, Verbrechen ohne richtigen Namen. Fawn. Heute ist die sechste Folge erschienen. Ja, ihr könnt mal bitte ein bisschen langsam machen, was so Veröffentlichungen angeht, ich komme da nicht mehr hinterher. Ist nur alle zwei Wochen bislang. Ja, ist zu viel gerade. Corona, man fährt nicht, man läuft nicht, man macht nichts, man sitzt nur zu Hause und spielt Football Manager. Ich habe keine Zeit zum Podcast hören. Aber wer Bock auf True Crime hat, der kann da ja mal reinhören, ist ein bisschen ein anderer Ansatz, weil wir uns ein bisschen erlauben, auch spaßig mit dem Thema umzugehen, wobei die aktuelle Folge ist wenig mit Spaß. Aber, ähm, da kann der ein oder andere natürlich sagen, wie passt das denn zusammen? Und das kann man sich einfach mal anhören. Und, ja, mehr habe ich auch gerade nicht zu empfehlen. Ich gucke auch, sonst, ich komme auch, ich glotze nichts, ich sehe nichts, ich habe keinen Plan. Ja, wie so viel. Und bevor du jetzt fragst, Dennis, nein, ich habe die letzten Marvel-Filme immer noch nicht gesehen. Okay. Nein, ich habe auch nichts zu empfehlen. Tut mir leid. Also, ich komme auch zu leider gar nichts. Ja. Also, den True Crime Podcast von Etienne kann ich auch empfehlen. Ich habe da jetzt auch schon ein paar Folgen gehört. Ist auf jeden Fall spannend. Ähm, abends zum Einschlafen hören funktioniert nicht. Keine Chance. Könnt ihr vergessen. Zu aufreibend. Ja, man will halt wissen, wie es weitergeht. Ja, ich finde aber, wir machen das ja mit Alice, ähm, eine Bekannte von uns und die hat so eine beruhigende Stimme und die recherchiert das ja auch alles mega akribisch. Also, sie wurmt sich da richtig rein, völlig crazy. Und das ist dann, äh, ich finde das immer sehr beruhigend, aber ich höre ja eh jeden Abend zum, zum Einschlafen irgendwelche Podcasts oder Schach Kommentatoren. Das, weil es gibt nichts langweiligeres, als wenn irgend so ein älterer Herr sagt, und hier eröffnet er auf E4 und da bin ich nach zehn Sekunden bin ich weg. Äh, ich höre meistens aus dem Kinderzimmer, äh, Benjamin Blümchen, da bist du auch schnell weg. Ja, das kenne ich, das Problem. Basti, ist dir was eingefallen, was du empfehlen kannst? Ja, ich, ich lese gerade ein Buch, das hat nichts mit Fußball zu tun, aber ich habe mir jetzt die mal die Biografie von Björn Werner, äh, durchgelesen. Die ist schon sehr, sehr interessant, die ist ganz, ganz lustig geschrieben, äh, Fußballspieler aus Deutschland, der es in die NFL geschafft hat. Ah, ich habe gerade überlegt, woher ich den Namen kenne jetzt. My American Football Dream heißt das Buch, glaube ich, weiß gar nicht genau. Ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, er beschreibt halt seinen Weg, wie er da irgendwie mal von Berliner Spielplatz in der NFL gelandet ist, diesen ganzen Weg beschreibt er inklusive College, Highschool, alles was man da so mitmacht und dieses ganze Football-Business, äh, ist schon sehr, sehr, sehr gut wegzulesen, ist auch eher so ein lockerer Typ, also es ist jetzt keine hochtrabende Literatur, wie er es geschrieben hat. Aber kann man so auf jeden Fall in allem wegrohren, wenn man ein bisschen Zeit hat, aber eigentlich geht es mir so wie euch. Ich habe viele Dinge, die ich gerne machen würde, aber so wirklich konzentrieren und Ruhe finde ich dann doch nicht. Diese ganzen Zeiten sind sehr, sehr aufreibend. Was ich jetzt in nächster Zeit mal wieder mache, ist ein bisschen wieder Playzzy zocken, äh, und da habe ich sehr, sehr viele Spiele auf meiner Liste stehen. Ich glaube, Final Fantasy 7 wurde, äh, remastered und das war mein PlayStation Plus-Ding dabei. Ja, aber dafür müsste ich wahrscheinlich eine Woche alle meine Podcasts absagen, um das zu machen, weil ich erinnere mich noch an die Zeit, als ich das richtige Final Fantasy 7 gespielt habe, da war ich glaube ich zwei Tage nicht in der Schule, als ich Schokoboos gezüchtet habe. Good times. Da geht, da geht viel, da geht viel Zeit auf jeden Fall drauf. Das ist eins der Spiele, was dann nicht mal eben so zwei Stunden am Tag, nee, nee, das haut da nicht hin. Sehr schön. Ansonsten. Sehr schön, sehr schön. Ja, da haben wir doch wieder was für diejenigen unter euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die eindeutig zu viel Zeit haben. Habt ihr hier alles dabei, ihr könnt euch mit Schach beschäftigen, ihr könnt euch mit True Crime beschäftigen, ihr könnt ein Buch lesen, ihr könnt euch Dokus anschauen und den Marvin in der aktuellen Folge des Heimspiels und natürlich unseren Podcast hören und alle anderen 13 Milliarden Podcasts, die der Basti oder Etienne oder sonst wer hier noch machen. Also ihr habt auf jeden Fall Beschäftigung. Ja, also wenn wir bei True Crime, dann kann ich das bei anderen Produkten auch noch hier bewerten. Also die fünfte Staffel von Verurteilt hat auch angefangen. Ja, da hänge ich auch noch mindestens dreimal so viele Folgen wie bei vorn hinten dran. Ich kann mir mal einen Crossover machen. Das könnte spannend werden tatsächlich. Uh. Das könnte tatsächlich spannend werden. Ich bin für alle Späße zu haben. Call me. Ja, aber macht bitte, macht bitte nicht irgendwie. Ich spiele mal Schach gegeneinander. Etienne und ich spielen das schlechteste Schachspiel aller Zeiten online gegeneinander, wo die Leute uns zuschauen können und dabei verzweifeln. Ich habe neulich bei dem Schachstudier gefragt, kann man nicht bei der Eröffnung zwei Figuren auf ein Feld bewegen? So haben wir das als Kind immer gespielt, dass du entweder eine Figur zwei nach vorne oder eine Figur, also oder zwei Figuren jeweils einfällt. Aber es stellte sich raus, das habe nur ich und meine Freunde so gespielt und sonst niemand auf der Welt. Etienne schreibt einfach die Schachregeln mal spontan neu. Manchmal wird einfach als Kind von einem anderen Kind irgendeine Scheiße erzählt. Und dann glaubst du das jahrelang. Ja, und das klärt sich erst 30 Jahre später auf. Genau. Und du denkst dir so, wie, was? Moment, es gibt keine Vampire, Leute, was ist los? Ich kann mir richtig vorstellen, wie du diese Frage gestellt hast und nicht einfach irgendwie mehrere Menschen total entgeistert angucken, als wenn du gerade von einem LKW angefahren worden wärst. Ja, genau. Großartig. Aber krasser Schach-Hype gerade, ne? Also es gab doch auch so eine Serie jetzt dazu. Ja, David Gambit ist wahrscheinlich die Freude. Soll auch von meinem Freund ausrichten. Zugzwang ist sehr, sehr gut. Der hat das auch geschaut und hat viel Spaß dran. Sehr cool. Ja, also finde ich krass. Wo läuft das? Das kam so plötzlich und jetzt geht's irgendwie komplett ab. Zugzwang war doch eine Serie bei euch, wo ihr jetzt immer andere Leute im Schach habt gegeneinander treten lassen und das Finale war doch jetzt hier der Dingens-Name schon wieder vergessen gegen Reift. Genau, Stefan Tietze und ich kommentiere das mit Großmeister Jan Gustafsson und Jan Gustafsson ist einfach eine Maschine, ist einer der besten Schachspieler der Welt und es ist einfach nur, es ist einfach nur krass so einem Großmeister bei, also man kann sich das als normalsterblich, kann man sich gar nicht vorstellen, wie krass das sein muss für die, wie die auf so ein Schachfeld gucken. Die sehen da andere Sachen als normalsterblich. Der kann auch blind spielen, also ohne dass er die Figuren sieht, kann der gegen jemanden spielen und es ist einfach, ja, es ist schon abgefahren. Gerade wenn man es selber spielt und letztendlich ist es ja nicht so, also jeder kennt ja die Schachregeln mehr oder weniger und du denkst dir, es ist kann ja nicht so schwer sein, wo ist denn das Problem, aber du siehst einfach die Sachen nicht, die die sehen, ja, oder der sagt dir, ja, dann schiebst du den nach hier und dann den nach da und dann macht der hier offen und dann ist hinten alles am Arsch. So. Und du sagst, ja, es klingt so einfach, aber es macht tatsächlich Spaß, jemandem zuzugucken. Und das Schöne bei dem Zugzauktonier ist, dass es eben keine Großmeister sind, die gegeneinander spielen, sondern so Leute wie du und ich, nur ein Großmeister analysiert das und zeigt dir dann auf, ja, hätte er das so gemacht, hätte er es so machen können. Und das finde ich nochmal interessanter, als wenn du jetzt irgendwie so zwei Schachgroßmeister, wo du eh keinen Plan hast, was die da machen und die Gedankengänge auch nicht mehr nachvollziehen kannst. Ich glaube, ich muss da mal reingucken. Das Finale habe ich noch nicht gesehen, das kann ich dann gleich mal noch nebenbei gucken. Fußball ist eh langweilig. Ja, ist echt spannend gewesen auch. Sehr schön. Also wenn ich heute Nacht nicht schlafen kann, bist du schuld. Ganz einfach. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es doch geschafft für diese Woche, war wieder eine längere Folge, aber es gab viel zu besprechen. Mal gucken, über was wir uns nächste Woche freuen, wie viele Punkte Vorsprung wir auf Dortmund haben, wie dicht wir an Wolfsburg dran sind, wie es in der Bobic-Thematik aussieht und andere Dinge. Etienne, vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Gerne, danke für die Einladung. Ja, immer wieder gerne und spätestens wenn sich bei dieser Bobic-Schütter- Thematik noch was tut, dann nehmen wir dich gerne hier wieder auf oder wenn wir gemeinsam anfangen, hier die Champions League-Hymne. Die Reisen zu planen. Die Reisen zu planen und die Champions League-Hymne auswendig zu lernen, dann laden wir dich wieder ein. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Machen wir es. Und ansonsten wünschen wir euch da draußen jetzt eine wunderschön angenehme Restwoche. Genießt das Fußball-Wochenende und wir melden uns in der nächsten Woche wieder in gewohnte Art und Weise. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Eintracht. 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 Bis zum nächsten Mal.